Kümmerliche Vorstellung Ja, fangen wir auch mal direkt an. Ich begrüße euch alle. Hallo in die Runde. Hallo. Hi. Hallo. Und ja, fangen wir doch einfach mal direkt an und ich eröffne mal einfach mit der Frage, wie hat euch denn die Gladiator-Mod so gefallen? Ja, Romulus, danke dir für die Einleitung. Ich würde mal als König Keldrom das Wort übernehmen. Grundsätzlich, ich persönlich fand ja die Mod zwiegespalten. Also, für mich als Spieler, der jetzt weniger eher kampffixiert ist, war es teilweise recht anstrengend. Aber ich sag mal jetzt mal, jemand, der gerne kämpft, gerne PvE macht, für den ist es halt, glaube ich, genau das Richtige, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Aber grundsätzlich bin ich froh, dass ich diese Mod gespielt habe und auch durchgespielt habe und damit dann am Ende doch ganz gut, recht gut zurechtkam. Mhm. Wathoros, wie ist deine Einschätzung? Kauft meine Teppiche! Nein, das meinte ich gar nicht. Also prinzipiell war ich von der Mod erstmal sehr überrascht, positiv überrascht. Mhm. Ich fand sie im Großen und Ganzen gut. Ich meine, ich zum Beispiel kämpfe jetzt eigentlich ganz gerne im Gothic-Universum mit dem Kampfsystem aus dem Eins- und Zweier, eher Zweier. Dementsprechend war ich sehr begeistert und am Ende ist das dann etwas abgeflacht. Aber da können wir dann noch näher drauf eingehen. Das ist jetzt so das Grobe. Okay. Ja. Was ist deine Einschätzung, die? Jo, also ich fand die Mod, muss ich sagen, ziemlich schwierig. Ich habe lange überhaupt kein Gothic mehr gespielt gehabt. Mhm. Und dann bin ich dann, ich hatte deine Community-Post übrigens dann gesehen, wo du dazu aufgerufen hast, dass man sich bei Neo-Comico melden könnte. Ja. Ja, so bin ich dann halt wieder reingekommen zum Gothic-Spielen und ich fand es ultra schwer, da überhaupt reinzukommen, wieder mit dem Kämpfen. Habe ja dann auch diese Beta-Tests dafür gemacht und ja, war sehr schwierig, aber ich hatte, wenn man da erstmal so reinkommt, dann hat man sehr viel Spaß dabei, fand ich. Es ist natürlich sehr kampflastig, das stimmt, es gibt wenig Nebenquests und ja, das ist halt nicht das typische Gothic, sag ich mal. Aber insgesamt fand ich die Mod schon ziemlich gut, ja. Ja, ich schließe mich dem an, was ihr gesagt habt. Also ich war auch positiv überrascht. Es war mir auch eine Freude, dass wir gerade mit der Community zusammen so eine Vertonung machen konnten. Da ging übrigens größer raus an Neo nochmal, der das Ganze organisiert hat und natürlich auch an alle, die mitgewirkt haben. Es waren ja auch wirklich viele aus der Community und das ist erstmal cool, dass sowas auf die Beine gestellt wurde. Zum Mod selbst kann ich sagen, also ich fände das grundlegende Setting einfach sehr geil. Also so Gladiator-Kämpfe, dann halt angesiedelt. Erstmal wirkt es ja so, als wäre das auch irgendwie in der Antike eher angesiedelt. Das fand ich sehr cool, das hat sich dann nachher noch so ein bisschen verändert. Aber grundlegend, das Setting fand ich sehr gelungen. Dass es kampflastig ist, fand ich auch gar nicht so schlecht, weil es ist mal was anderes. Man kennt ja storylastige Mods zuhauf mittlerweile und die Mod hat einfach mal was anderes versucht, ist einen anderen Weg gegangen. Jedoch ist das bei mir dann auch am Ende abgeflacht und ich bin dann auch, wie Kurga sagt, auch sehr zwiegespalten gewesen bei einigen Punkten. Aber da können wir jetzt dann auch näher drauf eingehen. Wir starten ja, oder wir alle haben die Mod gespielt, wir haben da bei der Gladiatorenbucht gestartet, da fängt das Spiel an. Kurga, was meinst du, wie ist da so deine Einschätzung, das erste Startgebiet und was hat dir da besonders gefallen, was hat dir vielleicht nicht so gut gefallen? Also was ich besonders geil fand, war auf jeden Fall auch dieses mediterrane Antike irgendwie, was du gerade schon angesprochen hattest, das Setting an sich. Das war ein Mix aus Varand und dem alten Rom irgendwie so ein bisschen von der Mentalität her und von der Aufmachung her. Auch mit den Legionärshelmen zum Beispiel, den hatte ich mir auch gekauft. Typischer römischer Soldatenhelm und das war schon wirklich was anderes und das hat mich auch abgeholt. Und grundsätzlich, auch bei Nacht, die Ortschaft, die Location, super schön in Szene gesetzt mit den Lichtern. Was ich ein bisschen skurril fand, waren diese großen Plattformen aus Holz, die es da so gab, die den Berg so hochgingen, wo da nur eine Leiter dran war, wo man sich fragt, wie haben die da oben ihre Häuser gebaut, wenn es da nur diese Leiter dorthin gab und so Sachen. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich meine, es ist immerhin noch ein Fantasy-Game. Und ja, also war alles stimmig. Die Rüstungen haben gut gepasst, die Sprecher in den Locations haben gut zu den Charakteren gepasst. Es war alles sehr schön aufgemacht und ja, hat mich gut eingefangen und hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Das kann man so sagen. Ja, wie hast du die ersten Kämpfe wahrgenommen? Und auch zum Beispiel, ich habe ja auch in deinem LP, das läuft ja auch gerade noch, da habe ich auch immer wieder reingeguckt, du hast ja auch nicht alle von diesen Trainingskämpfen mitgemacht. Hattest du dadurch einen anderen Schwierigkeitsgrad oder hast du zum Beispiel auch andere Erfahrungen gemacht? Du hast ja als Geschicklichkeitscharakter gespielt. Wie war es damit? Boah, das war super schwierig. Ich wollte ursprünglich eigentlich rein auf Bogenschießen gehen, aber ich habe dann am Anfang gemerkt, oh Gott, es gibt freies Zielen und ich war dann sehr erleichtert, als ich gesehen habe, dass man das halt deaktivieren kann, um es ein bisschen gothic-lastiger wieder zu machen, sage ich jetzt mal. Habe dann aber schnell gemerkt, dass das mit dem Bogen irgendwie gar nicht so gut klappt und habe mich dann zum Glück früh genug dazu entschieden, dann trotzdem auf Nahkampf zu gehen, Einhandwaffen zu gehen, im Nahkampf mit Geschicklichkeit basierend. Das hat dann ganz gut geklappt, aber wie du schon gesagt hast, ich habe einmal diese Trainingskämpfe da gemacht in der Bucht und habe dann schnell irgendwie die Lust daran verloren, muss ich sagen, weil es auch nicht so lukrativ war. In meinen Augen war es nicht so lukrativ, dass halt pro Kampf ein Lernpunkt dabei rumkam und das hat sich, wie sich später herausstellen sollte, dann, ja, das war ein großer Fehler, das nicht gemacht zu haben. Ich würde es heute machen auf jeden Fall, wenn ich die Morte jetzt nochmal spielen würde, würde ich alle Kämpfe machen, auch dieses Plattform-Training und ja, das läppert sich halt brutal, wenn man das nach jedem Kampf wirklich macht, sich die Zeit nimmt, sich da durchtankt, kann manchmal Nerven drauf reiben sein, das habe ich bei dir zum Beispiel gesehen, dass du da oftmals dann auch ein bisschen, ja, jetzt glaube ich, nicht so richtig Bock hattest, das jedes Mal neu zu machen, auch weil es schwierig war. Ja, aber grundsätzlich bin ich in der ersten Arena noch gut klargekommen, fand ich. Die Probleme gingen dann erst in der zweiten Arena. Ja, Vaturas, wie ist es bei dir? Du hast eher als, man kann ja nicht wirklich sagen, als Magier gespielt, aber du hast den Fokus mehr auf Mana gesetzt und auf Stäbe. Ich hatte so vom Zugucken das Gefühl, dass dir das einfacher von der Hand ging als mir und Kurga. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, wie war da deine Einschätzung? Also, ich hatte ja ursprünglich vor, tatsächlich auf Magie zu gehen. Das hat sich nur als etwas schwierig gestaltet, aber dazu dann später mehr. Jetzt erstmal so das grundlegende Setting, als ich quasi da in diese Gladiatorenbucht reingekommen bin und dann eben auch raus aus dieser Höhle wieder, fand ich das Setting super anders, aber nicht auf eine schlechte Art und Weise. Also, das war ein Setting, was ich in Gothic so noch nicht gesehen habe, auch in anderen Mods jetzt noch nicht. Und da war ich irgendwie, weiß ich nicht, wieder zwölf, weil ich konnte dieses Spiel wieder erkunden, wie ich es halt vorher noch nicht gemacht hatte. Und da war ich mega gehypt, was das angeht. Ja, kann ich verstehen, ja. Was ich auch super cool fand, das hatte ich auch in fast keinen Mods bisher gesehen, ist das Gestikulieren der Figuren, wenn man sie anklickt. Wenn sie zum Beispiel nichts zu sagen haben oder halt einen durchbeleidigen oder wie man auch immer sagen soll. Das fand ich auch super cool. Was mir auch gefallen hat, war die, normalerweise geht man ja in Gothic immer, weiß ich nicht, ein Gebiet ab, farmt da halt alle Monster tot, hat vielleicht noch eine Quest, soll Wolfsfälle farmen oder sonst irgendwas. Und anders als ihr beiden hatte ich da vielleicht konsistenter Spaß dabei, sag ich mal. Also diese Kämpfe die ganze Zeit zu machen, dieses Training die ganze Zeit zu machen, das hat sich anders angefühlt. Und tatsächlich, als wäre man ein Gladiator, was mir super gut gefallen hat, ebenso das Managen des Goldes und der Attributspunkte, also dass man da, sag ich mal, schon sehr limitiert war in seinen Möglichkeiten, zumindest in der ersten Arena. Ja. Und zum Punkto Schaden, beziehungsweise Einfachheit, also ich hatte das Gefühl, ein bisschen wie eine Glaskanone dann zu wirken, weil ich bin sehr, sehr, sehr auf Schaden gegangen. Ich hatte auch das Gefühl tatsächlich, dass ich am meisten Schaden gemacht habe. Mhm. Aber ich bin halt auch die ganze Zeit, ich habe jetzt nicht so viel ausgehalten, also ich habe mich wirklich sehr auf den Schaden fokussiert. Was ich nur schade fand, ist, dass das Magie-System schon in der ersten Arena geschwächelt hat, weil mein Nahkampfschaden um so viel stärker war als die Magie. Ja. Aber da würde ich dann später im Endeffekt nochmal Verbesserungsvorschläge dazu sagen. Mhm. Ja. Genau. Okay. Ähm, Divi, was bei dir, was hast du eigentlich beim Beta-Testen und auch vorher, was hast du da so gespielt? Wie war deine Erfahrung? Jo, also, ähm, ich habe das Spiel im Beta-Test zweimal durchgespielt. Einmal, ähm, als, so wie du das gespielt hast, Jörgenson, mit Zweikamp-, äh, mit Zweihand und Stärke und einmal mit Schwert und Schild und Stärke. Und, ähm, ich hatte, ursprünglich, ich bin da blind reingegangen an diese Beta-Test-Sache und wollte, ähm, mit Einhand anfangen, wo ich mir dachte, okay, komm, Einhand ist schnell und so. Dann kam das, ähm, das Ausdauersystem dazu, das hat so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Und, ähm, ich habe dann so nach, weiß ich nicht, dem dritten Arena-Kampf oder so, habe ich, äh, so einen 20-seitigen Text geschrieben in den, äh, Bug-Sheet, wo wir da unsere Bugs eintragen, äh, wie, wie schwer das Spiel für mich ist. Und was man alles vielleicht verbessern könnte und so. Und da hat mir dann der Entwickler gesagt, ja, versuch's mal mit Zweihand, äh, ist ein bisschen langsamer, macht mir Schaden, vielleicht klappt das besser. Und das ging dann auch besser. Grundsätzlich zum Setting, ähm, also, oder zum, zur ersten Arena, zur Gladiatoren-Bucht, die fand ich sehr toll. Ähm, wie ihr, wie ihr das schon gesagt habt, das Setting ist superklasse, hab ich so noch nie gesehen, äh, in, in Gothic. Und, ähm, es wirkt auch sehr glaubwürdig, du bist halt in der, du kommst halt erstmal als, ähm, wie heißt das Wort, du bist da ein, ein Gefangener, du bist der Gefangener da und wirst dann vom Schiff geladen und kommst dann erstmal da in, in diese Höhle da rein. Dann kriegst du erstmal eine Ansage. Ähm, fand ich, fand ich sehr toll. Und, ähm, ja, was mir da noch gefallen hat, im Gegensatz zu anderen Arenen, ähm, es, es gab gefühlt mehr zu erkunden mit dem ganzen Wasser und was, ne. Ähm, fand ich, dass man da schon ein bisschen mehr zu erkunden hatte, ähm, als in den anderen Arenen. Vielleicht nicht als in der zweiten, aber da kommen wir dann noch zu. Und, ja, grundsätzlich, ähm, ein schöner Auftakt in das Spiel, würde ich sagen. Also, das fängt einen richtig ein, ne, wie Baturasas schon gesagt hat, ne, das hat so einen richtigen Gladiatoren-Vibe, so. Und, ähm, ja, dass die Trainingskämpfe werden dann, die waren am Anfang relativ einfach, ähm, und werden dann halt mit der Zeit, wenn du nicht richtig, ich weiß nicht, was heißt richtig, wenn du, wenn du nicht ordentlich kämpfen kannst oder wenn du nicht ordentlich geskillt hast, dann werden die so unglaublich schwer, dass das richtig frustrierend ist und, ähm, kann ich dann schon verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat, die dann jedes Mal zu machen und, ähm, so ein bisschen da reinzukommen auch, ne, mit diesem ganzen, okay, wir kämpfen jetzt, jetzt müssen wir in den Kreis und dann müssen wir wieder kämpfen. Dann müssen wir wieder in die Arena, dann müssen wir wieder in den Kreis, dann müssen wir wieder Trainingskämpfe. Das ist ein bisschen, muss man erst mal reinkommen dann, ne. Ja, das macht die, das macht die Mod nicht ganz so gut, finde ich, dir das klar zu machen, weil ich hab das dann bei, bei euch dreien dann jeweils gesehen, ihr wusstet am Anfang immer nicht genau, äh, kann ich jetzt eigentlich, sind die zwei Tage schon rum, aber es geht gar nicht um die zwei Tage, sondern es geht nach jedem Arena-Kampf. Ja. Aber das macht das, die, die Mod nicht so ganz gut klar. Äh, das stimmt, also, wenn ich jetzt auch das nochmal gespielt hätte, weißt du, ich geh eigentlich an Mods generell, wenn ich die Spiele sehr, naja, so grün hinter den Ohren ran, ich, ich spiel einfach der Nase nach. So hab ich am meisten Spaß. Ähm, gerade bei Gladiator hätte es sich aber gelohnt, auch mal wirklich, ähm, mehr sich das, ähm, also in, in den Erklärungen des Spiels da mal reinzulesen, ne, gerade mit, ich war am Anfang, ich war halt genervt, weil am Anfang, ich hatte direkt eine Verletzung, die Hälfte der Lebensenergie direkt weg bei mir. So hab ich ja die ersten Folgen gespielt, ne, und, ähm, dadurch war es natürlich für mich schwierig, weil auch in den Trainingskämpfen hat mir dann die Lebensenergie gefehlt, die hat aber 150 Gold auch gefehlt oder sogar 200 waren es, ich weiß gar nicht, ich glaub 200 sogar, um dieses, äh, diesen Schädelbruch zu heilen, das war natürlich dann Pech, ne, ich wusste es ja nicht besser, ich dachte nur, hm, was ist das denn da für ein Kreuz, dann hab ich irgendwann da, äh, reingeguckt, äh, ja, das hat natürlich meinen Start ein bisschen erschwert und das war dann auch frustrierend in den, ähm, ersten Kämpfen, die war noch, feldnismäßig leicht, aber die werden ja auch immer stärker, diese Trainingskämpfer und es spielt sich dann sehr eintönig, weil du wirklich immer wieder das gleiche machst, dann gab's wieder Abwechslung, es gab die Quest mit, wo du dieses Boot klauen, äh, musstest, das war cool, auch wenn die Dialoge ein bisschen merkwürdig waren, aber dazu können wir ja auch später noch am Ende was sagen, ne, generell zu der Übersetzung und so, also die Quest war ganz cool, da hattest du die Quest mit der Plattform, du hattest die Jagdquest, die Quest mit dem, ähm, Piraten da, ähm, also es war ein bisschen Abwechslung da, ähm, das hat das dann aufgelockert, aber trotzdem fand ich es schon sehr eintönig, weil du immer wieder nach jedem Kampf das gleiche gemacht hast, auf die Kämpfe hab ich mich gefreut, da war's auch immer interessant zu sehen, wer wartet in der Arena auf mich, wie krieg ich das hin, aber am Anfang ist halt sehr viel auf einmal, was dich persönlich alles erschlagen kann, weil's einfach zu viele Änderungen sind und, ähm, du wirst ja auch immer so wieder dahingeleitet, du musst diesen Kampf machen, weil, sonst hast du kein Geld, sonst hast du nicht viele Möglichkeiten, gerade am Anfang bist du ja ein bisschen so, du stehst im Widerspruch zwischen, hm, was soll ich jetzt tun, ich hab keine Möglichkeiten und ich brauche aber diese Kämpfe, um, ne, weiterzukommen, äh, und um Geld zu verdienen, und gerade das mit der Verletzung, das hat mir irgendwie so einen Strich durch die Rechnung gemacht, das war vielleicht einfach unglücklich, ähm, sonst fand ich eine Sache schade, die hat mir ein bisschen gefehlt, diese Gladiatoren, die da kämpfen, vielleicht nicht alle, aber gerade die, die ein bisschen mehr Ansehen haben, ich fänd's cool, wenn man die vorher treffen könnte, irgendwo in der Arena, also in dem Gebiet einfach, ähm, weil die Gladiatoren müssten da ja eigentlich auch leben, es wurde ja am Anfang gesagt, die wohnen nicht in der Stadt, die dürfen da nicht hin, ne, da wohnen ja nur die Aristokraten, und, äh, ich fand's ein bisschen schade, dass man nicht vorher mit so Leuten mal Kontakt hatte, weil gerade, es hat so ein bisschen mehr Gewicht dann in deinen Kämpfen und in den Handlungen, weil, wenn ihr euch erinnert, man startet das Spiel, und da sind direkt unterschiedliche Eindrücke, einer will sich mit dir zusammentun, einer ist völlig verzweifelt, sagt, er hat ja eine schwangere Freundin, ne, der Nächste will dich aber sofort töten, und du hast ja auch den abgemetzelt, der die schwangere Freundin hatte, ne, dann hat das einfach mehr Gewicht, sag ich mal, so deine Handlung, und wenn du vorhin einen Gladiator triffst, mit dem du dich so ein bisschen anfreundest, ein bisschen unterhältst, äh, hätte das dann auch, ähm, mehr Impact gehabt, wenn du ihm dann in der Arena gegenüberstehst, das hatte ich mir erhofft, aber es war dann ja früh auch schon klar, hier ist der Fokus mehr auf den Kämpfen und auf dem Gameplay und weniger auf der Story und auf den Charakteren, und dann hab ich mich auch eigentlich mit abgefunden und fand es auch trotzdem gut, aber ich, ähm, ich bin dann doch wahrscheinlich eher Fan vom klassischen Mod-System, was ein bisschen story-lastiger ist und auf Charaktere sich bezieht, aber, äh, es war auf jeden Fall sehr interessant vom Grundkonzept, und, was ja viele geschrieben haben in den Kommentaren, es basiert ja alles wohl auf diesen, ähm, Browser-Games, äh, Sword in Sandals, ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, daher kommen nämlich diese ganzen Sounds, auch diese Schreie, die man in der Arena hört, diese übertriebenen, und auch die Musik ist teilweise daran angelehnt, und, 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 also sehr viel ist davon inspiriert, und das ist ja auch so ein Gladiator-Setting, daher kommt wahrscheinlich dann die Grundidee, und, ja. Ja, interessant, muss ich mir nochmal angucken. Ja, das ist so ein, schon ein älteres Browser-Game. Lustigerweise wurde das ja tatsächlich zumindest ein einziges Mal, wo ich mich erinnern kann, angesprochen, dass Hermes in der Arena war, aber man ihn verpasst hat. Ich glaube, da sagt dein, also, da sagt Romulus sogar irgendwas von wegen, was, echt? Ja, ja, genau. Hab ich nicht gesehen, irgendwie so, da hätte man ja auch was damit anfangen können, dass Hermes vielleicht mal vorher mit einem spricht und sagt, äh, du bist jetzt also der Neue, der sich hier hocharbeitet, also sowas in der Art, ja. Da stimme ich dir schon zu. Ein bisschen mehr Charakter verteilen. Hm? Ja. Weil das, das hätte der Mod sehr gut getan, weil gerade die Leute haben ja da schon einen Namen. Und wenn du da auch in der Kneipe abends so einen Gladiator in der Ecke nur siehst, der trinkt auch was und hat da vielleicht noch eine Frau neben sich und wird da so angefeuert, noch von irgendwelchen Leuten, dann siehst du den auch scheiße, gegen den muss ich in drei Runden kämpfen. So dieses Gefühl gab es halt nie, weil du immer so wie so ein Überraschungspaket hattest. Ne, wer kommt da jetzt? Und dann hatten die Gladiatoren auch meist nicht so viel zu sagen. Ne, das ist halt dann auch ein bisschen schade. Ja, also ich finde auch, dass man das zumindest bei den Champions hätte so machen können, dass man dann, wie du schon gesagt hast, diesen Impact hat, dieses, dass man mit einem ganz anderen Gefühl dann daran geht. Ich meine, klar, Hermes wäre jetzt vielleicht super unfreundlich gewesen, aber in einer anderen Arena hätte man ja auch über die ganze Arena-Zeit hinweg sich wirklich mit jemandem anfangen können und dann tut es einem ja vielleicht dann auch leid, den dann besiegen zu müssen einfach und dann hat man auch ein ganz anderes Feeling damit irgendwie. Als jetzt dieses, jetzt arbeite ich alle erst mal ab. So, weißt du? Ja, weil es ist ja auch ein Kampf bis zum Tod. Eben. Ne, also bei, bei, das, was so dem nahe kommt, von man lernt jemanden kennen, ist ja mit diesem Ex-Champion aus dieser anderen Arena, der übrigens sehr cool inszeniert war. Ich fand auch, als ich den gesehen habe, dachte ich so, wow, harter Gegner, ne? Ja, Flammer. Genau, Flammer. Ja, und ich fand es auch cool, dass man nachher mit dem reden konnte, man so ein bisschen Austausch hatte, weil er hat sich ja auch für dich interessiert, warum man da ist und so. Und als ich das gesehen habe, weil er ja so aussah wie so ein klassischer Gladiator, dachte ich, boah, so werden auch die nächsten Gladiatoren, also so in Szene gesetzt. Aber leider war es da nicht so. Und ja, gerade in der zweiten Arena hat sich dann das ganze Setting auch gewechselt. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, wie fandet ihr die Hauptstory? Also ich fand Proximo als Charakter sehr geil. Auch der Sprecher hat einen super Job gemacht, finde ich. um seine Art so rüberzubringen. Aber wie fandet ihr generell dann dieses Ende in der Gladiatoren-Bucht? Dann war auf einmal der Sklavenaufstand, die Abreise, ne? So, wie hat euch das gefallen? Also Kurga, erzähl mal. Also auf jeden Fall fand ich das mit Proximo auf jeden Fall gut, kann ich es unterschreiben. Ich finde allgemein, jeder Sprecher hat auch einen richtig guten Job gemacht. Ich fand es halt cool, dass man dann quasi zusammen mit Kali, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier viel spoilere, aber einfach Spoiler-Alert. Aber wenn man dann zusammen mit Kali da drinsteht in dieser Arena und dann gegen Proximo und seine Männer da kämpft, um dann dort aus diesem Chaos zu entfliehen, das hatte schon was Unerwartetes gehabt, sag ich jetzt mal, was auch dann sehr spannend war. Und das fand ich auch überraschend. Und solche überraschenden Elemente in so einer Story dann zu haben, finde ich total klasse. Und dieser, ich sag mal, Bruch aber dann danach in der zweiten Arena, wo du gerade aus diesem Getümmel rauskommst und dann ist auf einmal alles so ruhig und idyllisch. Das war dann irgendwie, da musstest du erst mal wieder runterfahren so ein bisschen. Aber grundsätzlich von der Story her, auch diese ganze Geschichte mit den Königen und ja, also das hat man ja immer wieder mitbekommen. Aber tatsächlich fokussiert man sich da dann in den Kämpfen auch eher auf die Kämpfe. Und dann schiebt man das auch für eine ganze Weile immer so in den Hinterkopf und dann kommt das erst mal wieder. Also es war jetzt bei mir nicht so, dass ich das permanent im Kopf hatte. Es war für mich immer nur dieses, ich muss jetzt überlegen, wie ich den nächsten Kampf gewinne und wie ich meine Lernpunkte jetzt am besten investiere, um nicht wieder komplett reinzuscheißen. Also es ist eher ein Hinterkopfgerück bei mir tatsächlich, so ein bisschen die Story. Wie war es bei dir, war es so was? Also in der ersten Arena, da war es ja noch sehr straightforward. Also da war ja ganz klar, was das Ziel ist, weil es halt vielleicht jetzt auch frisch ist und man das gerade eben erst gehört hat von Kali. Aber da war das sehr straightforward. Und am Ende war ja dann dieser Plot, nenne ich es jetzt mal, mit dem ich zumindest tatsächlich nicht gerechnet habe in diesem Moment, wo man dann erst mal schon dran saß und sich dachte, boah, cool. Also damit habe ich nicht gerechnet. Das ist geil. Und da war man irgendwie so mitgenommen und wollte jetzt irgendwie auch weiter vorpreschen, aber dann tatsächlich nimmt dir das Spiel ja auch erst mal die Kontrolle über deinen Charakter weg und dann landest du wo ganz anders. Und da stimme ich dann auch in Kurga zu, dass einfach dieser ... Es war ein ganz harter Cut. Das war nicht der einzige harte Cut in dieser Mod, aber das war sozusagen der erste. Der Plot ist gut, hat auch, ich sage jetzt mal, Spaß gemacht. Und vor allem der Charakter, wie du schon sagst, Jorgensen, der war so super herablassend gesprochen. Man hat sich direkt wie ein Sklave gefühlt. Aber ja, ich fand tatsächlich den Plot zumindest in der ersten Arena und die Story da noch straight forward. Und dementsprechend würde ich sagen, da war sie noch gut. Ja. Und wie hast du das wahrgenommen, Di? Jo, also ich kann da erst mal sagen, dass dieses geskriptete Weglaufen da mit Kali aus der Arena, das hat nicht immer so toll funktioniert. Und ich weiß, du, Jorgensen, hat es da ja auch noch ein Problem mit während deiner Aufnahme. Ja. Ich glaube, eine Aufnahme hattest du sogar beendet, direkt da, weil es nicht mehr funktioniert hat. Genau. Also generell muss ich sagen, ich fand das richtig gut. Das war auch sehr unerwartet, dass dann plötzlich die Sklaven den Aufstand proben und da die Bucht auseinandernehmen. Und ich fand das sehr gut gemacht. Und den harten Cut, ja, fand ich aber auch, den konnte ich verstehen, weil ich finde, man kann da nicht in jeder Arena durchgehend nicht immer noch nur Kali an der Seite haben, sondern immer ein bisschen das auszubrechen davon. Weil du kriegst ihn ja in Arena 3 dann wieder und 4 auch. Und da fand ich das eigentlich ganz gut, dass man dann in Arena 2 zumindest dann Kali nicht an der Seite hatte. Das hat das ein bisschen aufgebrochen so. Ja. Also es hat es ja auch offen gelassen, ob Kali es überhaupt geschafft hat. Man wusste jetzt nicht genau, was ist mit ihm. Ja. War dann erst woanders. Aber der harte Cut, der war auf jeden Fall da, weil alleine die Story, die zwischendrin passiert ist, weil man war ja auf dem Boot und dann irgendwo auf einmal in so einem, ja, vom Bergen um Ring ein Tal. Und dann stand ja am Tagebuch ein Tag nur, man hat in irgendeiner Taverne gerastet und nach und nach kam man dann bei der zweiten Arena an. Da hätte vielleicht auch schon eine Schwarzblende mit, weiß ich nicht, 4 Wochen später oder eine Woche später geholfen. Weißt du? Ja. Dass man einfach dann sagt, okay, jetzt ist Zeit vergangen. Weil das ist dir, weil das ist wirklich ein harter Cut von ich bin auf dem Schiff und dann bin ich sofort im nächsten Tal und wie du eben schon gesagt hast, Koga, auf einmal so idyllisch diese Musik, alles grün, so freundlich. Und dann halt so die Bauern, du denkst dir so, okay, wo bin ich jetzt hier? Das wirkt ja dann mehr so wie so ein altes germanisches Setting fast schon im Kontrast zu dem mehr aus der Antike oder so römisch angehauchten Setting. Naja, ich fand aber die so an sich auch cool, was du gesagt hast, die, dass dann Carly erst mal nicht da war, weil dann war es was Besonderes, dass er nach den Kämpfen auf dich gewartet hat. Aber ich hätte mir gewünscht, dass irgendein anderer Charakter diese Rolle so ein bisschen zumindest übernommen hätte. Man hat zwar Kontakt mit dem Dorfältesten und da war dieser alte Mann, aber ich fand die jetzt, also die haben natürlich nicht die exakt gleiche Rolle eingenommen, die Carly dann inne hatte. Und dann war man so ein bisschen auf sich allein gestellt und dann kam man aber zu dem Alltäglichen, was neben den Arena-Kämpfen passiert ist und das waren diese Jagdquests und die, muss ich sagen, haben mir weniger gefallen als diese täglichen Trainingskämpfe, weil das war sehr eintönig. Du bist halt durch den gleichen Wald gelaufen, die Viecher sind immer wieder einfach neu da gewesen und immer gefährlichere Viecher. Aus Gameplay-Sicht versteht man das. Lore-technisch ergibt das aber irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Da haben mir die Nebenquests, die sonstigen, die da waren, besser gefallen. Dass man mal auf die Schafe aufpasst oder mit diesen Leuten in die Mindcrawler-Höhle geht oder selbst Heilpflanzen sammeln, weil das ist deine eigene Quest. So war es aber cool, dass man auch ein bisschen mehr erkunden konnte. Du hattest ja auch ein paar Geheimnisse, die du entdecken konntest. Da war irgendwie so ein Schrat in so einer Unterwasser-Höhle und solche Geschichten. Also das zweite Gebiet hatte seine Momente, aber ich fand es auch, glaube ich, von allen Gebieten am schwächsten. Ich persönlich. Deswegen würde mich mal eure Einschätzung interessieren. Wie hast du das Ganze wahrgenommen, Kuga? Also ich muss sagen, mir hat dir das zweite Gebiet, also ich würde es gar nicht sagen, besser gefallen als die Gladiatorenbruch. Es war einfach wieder so etwas Vertrauteres irgendwie, weil das hatte so ein mythanisches Setting eher wieder gehabt, so mit grünen Wäldern und grünen Wiesen und Bergen und so. Das hat mich alles wieder ein bisschen viel mehr an dieses normale Kurines- oder Miltana-Setting erinnert. Und da habe ich mich dann persönlich auch ein bisschen heimeliger wieder gefühlt, weil es einfach irgendwie vertrauter war. Die Musik war wunderschön, auch wenn das, wie gesagt, erst mal so ein Cut war von Stress in der Gladiatorenbruch zu Sonntagsausflug irgendwie im Grün. Aber grundsätzlich konnte ich damit gut leben. Mir hat das Spaß gemacht, die Gegend zu erkunden. Den Wald zu erkunden, diese Stonehenge zu erkunden, die Sachen mit den Minecrawlern fand ich super interessant. Der Schrat, der hat mich nervlich komplett fertig gemacht. Da habe ich, glaube ich, mit einem Punkt oder so überlebt gerade so. Also das war richtig interessant, der hat mich total überrascht. Die Jagden fand ich an sich gut. Das fand ich eine super Abwechslung zu den Arena-Kämpfen. Ich habe die Jagden auch gerne gemacht, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, verdammt, ich bin komplett unterlevelt, weil der Ludwig mich so fertig gemacht hat mehrfach. Das hat mich einfach, ich bin 30 Jahre älter geworden bei den Kämpfen tatsächlich. Und da habe ich alles mitgenommen. Ich habe dann angefangen, jeden Tag auf dieser Plattform zu trainieren. Ich habe jede Jagd mitgemacht, wobei ich da auch, glaube ich, ein oder zwei am Anfang vergessen hatte dann. Und ich muss sagen, ich fand die Jagd eigentlich cool. Ich fand auch das Jägercamp cool, dass da auch jeder einen Namen hatte. Ich fand es nur schade, dass man nicht mit jedem irgendwie so ein bisschen reden konnte. Also da hat es auch wieder so ein bisschen an der Tiefe gefehlt. Ja, das, wie du schon sagtest, Kali ist nicht da. Grundsätzlich fand ich das aber jetzt erst mal gar nicht so schlimm, weil dann hatte man irgendwie das Gefühl, dass man mehr, wie sagt man, mehr individuell selber entscheiden muss und man wird nicht so geführt irgendwie nach den Kämpfen. Also man fühlt sich ein bisschen vielleicht freier. Das fand ich ganz okay. Ja, also mir hat die zweite Arena-Location sehr, sehr gut gefallen. Einfach vom Ambiente her und mir ist jetzt gar nicht so viel, glaube ich, Negatives jetzt irgendwie aufgefallen. Außer die Kämpfe. Die Kämpfe waren in der zweiten Arena echt ein Graus. Also die waren wirklich hardcore schwierig. Interessant. Wie hast du das Ganze wahrgenommen, Vatoros? Also als ich da erst mal, dann, sage ich mal, vor dieser Tür stand, also diesen Einlass in das Tal, nenne ich jetzt mal, da hatte ich erst mal ein bisschen Heimweh, muss ich tatsächlich sagen. Also in die Gladiatorenbucht, weil das war halt dieser harte Umbruch. Aber trotzdem habe ich es dann begrüßt und bin, sage ich mal, in das Tal reingelaufen. Ich habe da auch meine erste Liebe kennengelernt, tatsächlich. Das Feuerwehrpersonal, beste Waffe überhaupt, muss man an der Stelle auch mal erwähnen. Aber ich fand tatsächlich, dass Kali nicht da war. Da hatte ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich finde es gut, dass er da tatsächlich nicht da war, auch wie auf das sich alleine gestellt sein, mal war halt mal was Gutes. Bezüglich der Jagden kann ich Jorgensen nur zustimmen. Also ich weiß nicht, ob die oder Jorgensen, ob ihr alle Jagden gemacht habt. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe alles gemacht, ja. Genau, das habe ich. Und da wurde das auch irgendwann ad absurdum geführt. Also es war sowieso schon repetitiv, aber irgendwann hieß es dann nur noch, ja, da sind dann jetzt halt, weiß ich nicht, sechs Trolle in dem Wald auf einmal, ein schwarzer Trolle und was weiß ich. Ja. Die letzte Jagd, möchte ich jetzt nicht zu viel dazu sagen, falls es mir noch nicht gespielt hat, die war wiederum cool, die letzte. Also die hat dann wieder Spaß gemacht, die war auch dann wieder was anderes. Aber prinzipiell haben mir die Trainingskämpfe auch mehr zugesagt, da ich sie ja sowieso mochte, als die Jagden. Die waren schon sehr, sehr eintönig, meiner Meinung nach. Das müsste man vielleicht noch mal aufhübschen oder irgendwas, dass es interessanter wirkt oder anders. Wenn ich kurz ergänzen darf, ich glaube, das Problem ist, dass in dem Waldstück, also du bist jedes Mal im selben Wald, was so irgendwie zwei Meter vom Jägerlager entfernt ist, ein Tag später und dann auf einmal sind fünf Trolle da. Das ergibt halt null Sinn. Und selbst wenn du den Fokus aufs Gameplay segst, dann ist das so unglaubwürdig, dass mich schon, ich habe sogar ein Beispiel gemacht, wie man diesen Schwachsinn erklären könnte, mit in dem Wald steht ein magischer Baum und der spawnt jeden Tag neue Monster wie durch ein Portal oder lockt aus einem anderen Waldgebiet Gegner an. Selbst wenn du es so erklären würdest, hättest du irgendeine Schwachsinnserklärung dafür. Aber so ist das halt so, ja, na klar, wir gehen jetzt mal auf die Jagd und voll entspannt und dann, ja, wir haben hier jetzt fünf Trolle. Das ist ein bisschen albern. Aber erzähl erst mal weiter von deinem restlichen Eindruck. Ja, die Fauna ist da halt ganz besonders in diesem Wald. Ja. Ähm, die Kämpfe fand ich teilweise cool, aber besonders hervorheben möchte ich jetzt den letzten Kampf gegen Isarion, hieß er, glaube ich. Isarion, ja. Genau. Ähm, den Kampf fand ich wirklich super. Ich weiß nicht warum, vor allem mit seinem, ich nenne es jetzt mal, hyperaktiven Rampage-Mode, den er da kurzzeitig immer anwirft. Der hat mich zwar ordentlich vermöbelt und das eine ganze Weile lang, aber dann hatte ich es ja doch noch geschafft und die Musik währenddessen, da möchte ich wirklich die Musik hervorheben. Die Musik während dem Kampf war wunderschön. Ich war voll drin. Also ich war voll drin in diesem Kampf. Ja, Bock habt. Und wenn ihr mich verprügelt, ist mir egal. Ich höre diese Musik währenddessen. Also da hatte ich wirklich Bock drauf. Ja, das war so ein, ich weiß nicht, so ein Country-Rock'n'Roll-Mix irgendwie, der dich da voll angetrieben hat, der dich aber auch in eine gute Stimmung irgendwie versetzt hat. So ging es mir zumindest dann. Und was sich auch so richtig so, ja, so Country-Fork-mäßig auch so angetrieben hat, das fand ich irgendwie ganz witzig. Ja, da war man voll drin. Ja. Ja, und dann würde ich als letztes nochmal anbringen, das Magie-System, da ich ja schließlich als Magier gespielt habe, hatte da seinen ersten großen Tiefpunkt, weil obwohl ich da die stärkste Magie, die man kaufen konnte, zur Verfügung hatte und verwendet hatte, war das Ergebnis, ich möchte jetzt mal so frech sein und sagen lächerlich, weil der Schaden, der war, also den hätte man mit, weiß ich nicht, mit der Faust als Stärkecharakter wahrscheinlich hinbekommen. Und das möchte ja auch keiner mit einer Faust rumrennen, theoretisch. Ja, also man hat das gesehen, bei dir war es dann so, dass dein Feuerwehrpersonal übrigens irgendwie gefühlt voll OP war mit dem Verbrennungsschaden, was so viel Schaden gemacht mit der Verbrennung, wie ich mit einem Schlag mit meiner Waffe hat dieser Verbrennungsschaden alleine gemacht irgendwie. Aber die Magie war wirklich lächerlich, vor allen Dingen, weil du ja auch immer wieder Probleme hattest, du hast aus Versehen die Zuschauer anvisiert und so was und konntest dich nicht mal drehen. Also das System ist nicht dafür ausgelegt und dann kannst du ja auch, hast du ja nicht mal wie so, du kannst ja nicht deinen Gegner irgendwie so vernünftig stackern oder so, sondern du machst einfach keinen Schaden. Das Einzige, was dann geht, ist Eisblock und ich glaube, das hast du auch verwendet und sonst, der Rest war halt nicht zu gebrauchen. Und das ist schade, dann ist das nicht gut gebalanced, aber naja, wir können ja ganz am Ende nochmal Verbesserungsvorschläge allgemein dann geben, wenn wir mit allen Arenen durch sind und jetzt hat die schon lange nichts mehr gesagt. Wie hast du denn die zweite Arena so wahrgenommen und auch das Ballings sind vielleicht dort und Kämpfe, alles? Ja, ich muss sagen, die zweite Arena hat mir persönlich sehr gut gefallen und zwar, das ist mit der Bereich, wo man wirklich noch ein bisschen schön was entdecken kann so an der Seite. Du hattest das schon gesagt, Jürgen Sonn, mit dem Schrat zum Beispiel, ein paar kleine Easter Eggs sind da noch versteckt, will ich jetzt nicht zu viel sagen, also nicht beim Schrat, aber, und es hat mir auch von der Atmosphäre sehr gut gefallen und ich finde es auch gut, dass das Setting dann gewechselt ist von diesem von diesem Mediterran, was man im ersten hatte, hin zu diesem ländlichen, berglichen, weil ich glaube, wenn man dann viermal da irgendwie in so einer Wüste da durch die Gegend stapft oder am Strand oder so, dann wird das dann bis zur vierten Arena vielleicht ein bisschen zäh, so. hat man irgendwann genug davon und deswegen fand ich das eigentlich ganz gut. Nochmal aus Beta-Testsicht kann ich sagen, die beim ersten Durchspielen haben die Jagden überhaupt nicht funktioniert. Da bin ich dann echt froh gewesen, als ich das beim zweiten Mal, wo ich dann dahin gekommen bin, dass das dann endlich geklappt hat, weil die Jäger sind teilweise einfach wieder zurück ins Lager gelaufen und das war es dann. Also es hat nicht geklappt. Gute Jagd. Ja, so nach dem Motto. Und ich weiß nicht, ob ihr das mal hattet, aber wenn ihr euch zu weit vom Jäger entfernt, dann ist die Jagd auch verloren quasi. Und ja, Jürgen, ich wollte genau darauf zu sprechen kommen, was du gerade noch gesagt hast. Das hattest du in deinem Let's Play schon gesagt und da habe ich dann mit dem Entwickler, mit dem Damianud, hatte ich da ein bisschen drüber gechattet auch. Du weißt gar nicht, ich will dir nicht spoilern, aber du weißt gar nicht, wie Nado eigentlich so mit dem, was du dir da zurechtfantasierst, was man sagen könnte, ja, da ist vielleicht so ein Baum, so ein Magikbaum, die alles, diese ganzen Figuren da, diese Monster da erscheinen, du bist da gar nicht so weit entfernt von wie du glaubst. Aber mehr dazu will ich gar nicht sagen. Also das war die erste spontane Idee, die mir so in den Kopf kam, als ich so, wie kann ich einfach spawnende Kreaturen erklären oder dass die wieder jeden Tag auftauchen. Weil daneben war ja so ein großer Holzwall auch und da scheint es ja tiefer in den Wald zu gehen. Dann dachte ich so, wenn das weg wäre und dann hätte man da so einen großen Baum, der die Viecher immer wieder anlockt und da wäre halt ein riesen Waldgebiet, da hätte es ja irgendeine Lore zusammenspinnen können. Aber witzig, dass das in die Richtung dann geht. Ja, also ihr hättet den mal ein bisschen näher untersuchen müssen. Mehr sage ich dann dazu nicht. Ach so. Das war tatsächlich schon was. Das war schon drin. Ach, da ist es. Ach, Mann. Okay, krass. Ich sage jetzt. Ich habe nämlich eigentlich, also mir wäre es auch egal, wenn du es jetzt sagst, ich würde die Mord wahrscheinlich eher erst in zwei Jahren oder so wieder spielen. Die Sache ist, ich hatte mir gedacht, dass man dahinter kann, aber ich habe es nie probiert, weil manchmal denkst du auch so, ich bin jetzt hundertmal langgelaufen bei jeder Jagd und irgendwann bist du auch froh, wenn die Jagd dann vorbei war. So ging es mir. Und dann bin ich einfach wieder zurückgelaufen und dann habe ich das auch nicht untersucht. Aber schön, dass es etwas gab. Also dann war ich ja einfach nur zu unfähig, es zu finden. Ja, also es hat jetzt auch, wenn man jetzt dann da hinkommt, das ist jetzt nicht, es erklärt es nicht direkt, aber das würde genau, wenn man dann weiterdenkt, so wie du das dann gerade getan hast, mit dem Baum zum Beispiel, könnte man sich das dann erklären, warum diese Viecher dann da alle auftauchen. Also ja, beim nächsten Mal einfach nochmal genauer auf den Holzwall achten. Interessant auf jeden Fall. Das ist ziemlich spannend. Und jetzt nochmal zu den Kämpfen an sich, so wie er, wärst du die wahrgenommen, zum Beispiel auch den Kampf gegen den Champion. Du hast ja einmal auch als Zweihandkämpfer gespielt wie ich und einmal als Schildkämpfer. Wie war das für dich? beim ersten Mal ziemlich lustig. Gerade der letzte Kampf, der hat mich auch ein paar Mal richtig umgehauen, gerade wenn er das erste Mal da in seine Hyperphase da geht und dann überhaupt nicht mehr aufhört, auf dich einzudreschen und hinter dir herrennt. Wie so ein Irrer. Das ist schon ziemlich cool. Und vom Balancing her fand ich es jetzt dann nicht so schwierig. Ich hab halt brutal einfach nur in Zweihand und Stärke und gib ihm. Und dann ging das auch einigermaßen. Und fand ich dann jetzt einfacher als in der ersten Arena, muss ich sagen, weil ich dann halt quasi so halbwegs wusste, okay, was erwartet mich jetzt eigentlich in dieser Mod? Und dann konnte man sich da, oder ich zumindest, konnte mich da ein bisschen besser drauf einstellen. Dann war es dann nicht mehr ganz so schwierig. Ja, auch interessant. Wie unterschiedlich wir das, also ihr schon ähnlicher als ich. Ich hatte die ja als Schwächstes wahrgenommen, die zweite Arena jetzt nicht um zu sagen, dass sie schlecht ist, aber von denen allen, die ich gesehen hab, fand ich sie am schwächsten. Und dann gehen wir mal weiter zur dritten Arena. Wieder ein Waldgebiet, ein Regenwald, was eigentlich kein Regenwald war. Der Name, ich weiß auch nicht, wo der überhaupt herkam. Rainwood Forest aus hier, Robin Hood. Und deswegen ist der Robin auch der letzte Gegner. Ah, okay. Daher kommt das, okay. Ja, dann macht das zumindest jetzt Sinn. Also da fand ich das Setting so ein bisschen düsterer. Da waren auch viele Gothic 1 Texturen so mit diesen Texturen, die einfach den Wald dargestellt haben. Ich fand das irgendwie cool. Klar war es ein bisschen auch lächerlich so, aber ich fand das cool und auch diese einzelnen Abschnitte. Deswegen war dieses Gebiet mir auch am liebsten, weil für mich war ein absolutes Highlight. Selbst das mit den Banditen fand ich schon cool, dass man dort so ein größeres Gebiet hat, wo du auch erkunden konntest. War ähnlich wie bei der Gladiatorenbucht, da hattest du ja auch immer diese Wüste. Und hier hattest du jetzt auch wieder ein größeres Gebiet, wo du ein bisschen was erkunden konntest, gegen die Banditen kämpfen. Aber das absolute Highlight und wie cool das in Szene gesetzt war, war natürlich dieser Angriff auf das große Banditencamp mit der Armee. Und deswegen ist mir dann auch das dritte Gebiet lieber als das zweite, weil einfach da ist das nochmal herausgestochen, weil da hast du zum Beispiel auch das Katapult, was diesen Turm da weghaut am Anfang und sowas. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, weil irgendeinem Mod auch wieder alle so aufmarschieren. Das hat mir schon sehr gut gefallen und grundsätzlich von den Kämpfen auch, die waren dann wieder leichter, fand ich. Man war aber auch stärker zu dem Zeitpunkt. Aber grundsätzlich kam mich da besser klar, bis auf einen Kampf gegen diesen Wolf-Typen, aber da war ich auch, glaube ich, einfach brutal. Also da hatte ich auch einfach Pech, weil ich habe mich immer an den Wölfen verkeilt. Also wenn die dich blockieren, du kannst nicht ausweichen und ich bin da auch nicht, glaube ich, so oft verreckt, vielleicht zwei- oder dreimal, aber ich meine, er war viel schwieriger als alle, die danach kamen. Die haben viel Schaden gemacht, aber die konntest du eigentlich sehr, auch wenn du vernünftig geblockt hast, gut besiegen. Aber das ist für mich herausgestochen, der Wolf-Typ, den hätte ich vor den Champion gesetzt. Vom Schwierigkeitsgrad. Das hat mich einfach nur gewundert. Ansonsten fand ich halt cool, dass Kali wieder aufgetaucht ist. Wie gesagt, Hauptmann Rekka, so der Armee-Part und auch generell, wie es dann geendet ist, dass man da dieses Lager übernimmt und diesen Lord Tameron da nachher um die Ecke bringt. Das fand ich alles ganz cool. Ich fand es schade, dass man dann nachher nichts mehr mit Rekka und so zu tun hat. Ich dachte, das wird dann auch ein fester Charakter, der dann wiederkommt, aber sonst war ich sehr angetan von dem Regenwald und auch die Easter Eggs, die da dann auch immer wieder waren. Ich meine, du hattest Travis Scott und keine Ahnung, du hattest halt Robin Hood. Den fand ich persönlich sehr einfach, den Kampf. Ja, und dann hatte man auch immer mehr, dass sich herauskristallisiert, dass Kali noch mehr Alkoholiker ist. Wahrscheinlich war er nur im zweiten Dorf nicht da, weil er sich Alkohol-Nachschub geholt hat oder Geld. Kurga, wie hast du den Regenwald so wahrgenommen? Warum? Also ich muss sagen, als ich mit der zweiten Arena fertig war, habe ich mich so sehr auf ein Schneegebiet gefreut, weil ich dachte mir halt so, okay, in der ersten Arena hast du halt so ein Wüstengebiet, in der zweiten hast du dann wieder so ein Waldgebiet irgendwie, so mittelländisch, europäisch. Und dann hatte ich irgendwie die Hoffnung, dass es in der dritten Arena dann so ein Schnee- oder Eisgebiet gäbe oder so. Das war dann leider nicht der Fall, aber ich muss auch sagen, der Regenwald hatte für mich auch was sehr Atmosphärisches, wie da die Blätter überall runterfielen. Du hast halt überall diese Zelte, also es hat für mich gar nicht den Eindruck gemacht, dass das ein festes Dorf ist, sondern eher so ein Militärstützpunkt, der nur temporär ist. Also so wirkte das irgendwie auf mich. Gar nicht, dass das jetzt so ewig ist, sondern nur gerade aktuell. Aber an sich, es wirkte alles sehr zentralisiert. Die Arena war in der Mitte und um die Arena drum haben wir sich alle Gebäude gebaut. Das war sehr übersichtlich. Es gab dann den Bibliothekar neu und auch, glaube ich, den Goldschmied. Ich glaube, die waren in den ersten beiden Locations nicht da. Das fand ich sehr erfrischend, weil ich es auch sehr schade fand in den Arenen vorher, dass es halt keine Artefakte oder sowas jetzt nur sehr begrenzt gab. Man hat, glaube ich, ein Hanusch-Amulett bekommen und, glaube ich, ein Ring, aber sonst war da halt nicht so viel. Das fand ich ziemlich cool als Neuerung. Ja, dann, wie du schon sagtest, dieses zweite Nebengebiet, wo du mit Kalli da auf die Jagd gehst und dann dieses Banditenlager dort ausnimmst mit den drei anderen Rebellen und diesen Hinterhalt da quasi mitbekommst. Das fand ich wirklich cool, weil es auch irgendwie sinnvoll war, zu sagen, ey, die Banditen haben dort in ihren kleinen Zelten da gelauert und haben sich dort drin versteckt. Das fand ich schon ziemlich cool eigentlich inszeniert. Aber das Highlight war für mich halt, finde ich, auch in der ganzen Mod war diese Schlacht. Das war es von Anfang bis Ende geil gemacht. Du hast diese Armee, du hast die Trommler, du hast das Katapult. Es war natürlich eher so dieser Plan, wenn man schleicht sich quasi an und nutzt das Überraschungsmoment. Da fand ich es ein bisschen komisch, dass die sich dann in Formation dargestellt haben und dann die Trommeln da geschlagen haben und sich angekündigt haben mit dem Anmarschieren dort. Das fand ich ein bisschen komisch, aber cool gemacht irgendwie. Und sowas wünsche ich mir in so vielen anderen Mods, so große Feldschlachten. Ich meine, sowas gab es ja auch bei die Rückkehr, aber da war das alles ein bisschen größer und Performance schwieriger und hier hatte ich gar keine Performance-Probleme gehabt, weil es wirkte groß, aber es war jetzt nicht so groß, dass da jetzt irgendwie die Mod in die Knie gegangen ist oder so. Das fand ich ziemlich gut von der Inszenierung her. Und von den Kämpfen her fand ich es deutlich einfacher als in der zweiten Arena. Also jetzt nicht zwingend einfach, aber es wirkte irgendwie fairer. Es wirkte ausgeglichener. Ich hatte auch Kämpfe, die ich verloren hatte, aber da war ich immer kurz davor zu gewinnen und das hat es irgendwie wieder spaßiger gemacht für mich, motivierender gemacht, diese Kämpfe zu führen, weil in der zweiten Arena war ich wirklich ziemlich frustriert, muss ich sagen. Da habe ich echt schlecht mich damit machen können mit den Kämpfen, aber in der dritten Arena war das dann deutlich besser und das hat dann auch wieder mehr Spaß gemacht. Und ja, die Story mit Kali, dass der da wieder aufkreuzt, auch in dieser coolen schwarzen Rüstung, um undercover zu bleiben und so, das hat dann wieder ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen und ich hatte auch ein bisschen Angst zum Ende dann, als man dann mit Rekka dann diese Sache mit Tamaron da geklärt hat, hatte ich auch ein bisschen Angst, dass Rekka einen dann vielleicht auch verarscht und Tamaron alles erzählt hat und man jetzt selber irgendwie umgelegt wird, weil man vielleicht versucht hat, den zu beeinflussen und das hat halt nicht funktioniert. Das wäre auch ein cooler Plot gewesen. Ja, klar. Und da muss man wieder fliehen. Genau, genau. Das wäre vielleicht auch interessant gewesen, aber gut. An sich hat mir die dritte Arena auch sehr gut gefallen. Ja, interessant. Wie wäre es bei dir, Vatouros? Also tatsächlich war es vom Mag-Ich-Faktor die Arena auf dem zweiten Platz. Also die, jetzt nicht von den Kämpfen oder sonst irgendwas, sondern vom Setting, wie sie ausgesehen hat, die Kompaktheit hat mir extrem gut gefallen. War das für mich auf Platz zwei die Arena vom Likeable-Faktor? Die Kämpfe waren durchweg einfach, fand ich jetzt tatsächlich, außer Johanna. Oh ja. Die hat einen Schaden gemacht, da war ich direkt wie in der Gladiator, Gladiatorenbucht zurückversetzt. Ja, die stärkste Waffe im Spiel, glaube ich. Ja, und vor allem auch eine super schnelle, dadurch, dass der Einhand ist. Aber wie ich es ihr auch schon gesagt habe, da brauche ich jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen. Der Angriff auf das Banditenlager, also in der zusätzlichen Area mit Kali, war eine coole Sache, auch wenn Kali bei mir kurzzeitig verschwunden ist und ich nicht wusste, wo er war. Aber ich glaube, er war dann oben, genau, er war dann, glaube ich, oben und hat getrunken. Und der Angriff mit Rekka, also das war ja super cool inszeniert und das hat mega Spaß gemacht. Das hat auch einfach funktioniert, weil abgesehen davon, es kann ja auch sein, dass es Probleme macht, aber es hat einfach funktioniert. Ich weiß nicht, wie es in der, als Beta-Tester war, aber so hat es jetzt zumindest mal geklappt. Was ich im Nachhinein noch festgestellt habe, da hat mich der liebe D drauf hingewiesen, es gibt da noch eine Sache in der dritten Arena, die genauso cool ist, die wir aber, vermute ich, alle übersehen haben. Allerdings möchte ich das jetzt nicht spoilern. Ich hatte dann, in einer der Folgen, hatte ich tatsächlich dann noch mal, bin ich noch mal drauf zurückgekommen, weil es mich so gejuckt hat und interessiert hat. Das ist ähnlich wie die Schlacht mit Rekka, sage ich mal. Erzähl zumindest mal, in welche Richtung das geht. Also auch wirklich eine Reise in ein neues Gebiet mit einer Nebenquest oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Es ist tatsächlich ein Nebengebiet und ähnlich wie mit Rekka, dass er dich mitnimmt auf das Schlachtfeld, um eben zu kämpfen mit den ganzen Trommlern und den Leuten in Formation, ist es da ähnlich, aber in etwas anderer Form. Krass. Und das ist super cool inszeniert. Was mich wundert, also dass ich die Sachen eingesprochen habe, ist ja auch schon länger her und man macht das dann ja am Stück und merkt sich ja auch nicht alles. Aber ich habe so schon teilweise Dinge, mich gewundert, was ich da alles eingesprochen habe und ich hatte daher auch nicht herleiten können, ob da noch irgendwas ist. Also ich habe ja einfach wie immer der Nase nachgespielt und klar habe ich hier und da was verpasst. Aber ich finde auch beim ersten Mal, wenn man eine Mod spielt, muss man auch nicht alles 100% mitnehmen. Ich finde, das ist einfach so, da will ich einfach nur Spaß haben mit der Mod. Deswegen bin ich da so ein bisschen lockerer drangegangen. Aber cool, dass man da noch Dinge entdecken kann, auch zum Beispiel, was die schon eben erzählt hat mit diesem einen Tor, dass man da noch irgendwas machen kann im zweiten Gebiet und jetzt höre ich von dir auch noch, dass es im dritten Gebiet auch noch was gab. Sehr, sehr cool. Also ich bin sehr gespannt auf noch einen Durchgang irgendwann. Also es soll ja auch nochmal ein Patch geben, da können wir auch noch später drüber reden. Aber erstmal nochmal zu die. Also ich glaube, der Regenwald war dann wahrscheinlich auch dein Lieblingsgebiet, weil du da deinen großen Auftritt hattest. Genau. Nicht nur deswegen, aber wie ja schon, wie Kuga und Wattora schon gesagt haben, das ist die Schlacht, die ist super klasse. Die hat ein bisschen Probleme gemacht, also nicht die Schlacht an sich, aber ich weiß nicht, ob ihr das dann bei euren Let's Plays hattet. Teilweise backt das dann am Anfang ein bisschen rum, wenn man in das Gebiet kommt. Dann steht man da und es passiert nichts mehr. Decker kommt nicht auf einen zu und ja, viel Glück. Ja, das hätte ich einmal gehabt. Und das ist das, so ein kleines Problemchen, was es dann wohl immer noch gibt. Dann, ich weiß nicht, ob ihr alle Regen in dem Gebiet dann hattet, wo die Schlacht stattfand, weil ihr geht ja, ihr sucht ja diesen kleinen Speer da und der sagt, ja, es ist, wir haben, der Regen und der Nebel machen uns Vorteil und du hast da sonniges Wetter dann. Ja, hatte ich zum Beispiel. Ja, das ist ein bisschen doof dann. Aber ansonsten hat die Schlacht relativ gut funktioniert. Ich glaube, was jetzt noch erst ganz am, oder kurz vor Veröffentlichung erst in das Spiel gekommen ist, ist diese Sache mit, wenn du 20 Banditen tötest, dann kriegst du von Recker da noch eine Sonderbelohnung. Das ist, glaube ich, erst ziemlich an der Stelle gekommen. Ach so, das, was ich hatte, ne? Mhm, genau. Ach so, und ich habe mich gewundert noch, ich habe kurz bei Umut, Grüße gehen raus, auch reingeguckt in seinen Stream, wo er das gemacht hat und ich habe mich gewundert, warum hat er denn noch diese Rüstung, die andere ist noch besser? Aber dann war das ja auch was Besonderes. Also ich habe wirklich so viele Banditen abgemetzelt und dachte, das hätte einfach jeder bekommen, weil man einfach an der Schlacht teilnimmt. Aber cool. Ja, genau. Also so habe ich es zumindest verstanden. Das war nämlich bei meinem ersten Mal, wo ich es durchgespielt habe, habe ich dann gesagt, also Leute, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da noch ein bisschen mehr aufgenommen. Wo ist denn das alles? Und dann wurde halt gesagt, ja, nee, das kommt erst noch mit dem Patch da rein. Oh, okay. Alles klar, ja. Und ja, ansonsten, was Koga gerade schon gesagt hatte, ich fand das so toll zu sehen, wenn dann diese Blätter da in den Marina-Gebiet dann da runterfallen teilweise und dir durch den Bildschirm da fliegen, das sah richtig toll aus. Ja, mit Kali dann unterwegs zu sein, nochmal ein paar Wölfe abschnetzeln und das Gebiet da erkunden, das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Und ja, was Vaturas dann gesagt hat, da die zweite Schlacht, die man nicht unbedingt auch beim ersten Mal finden kann, so. Das ist so eine Kleinigkeit, die man da entdecken kann und wenn man sie halt nicht entdeckt, dann sieht man das halt alles nicht und ist auch noch, ist ein bisschen, ich kann nur so viel sagen, ich hatte am Anfang das Gefühl, das ist verbuggt, aber es ist schon ein Stück weit geskriptet und deswegen kann man da gar nicht so viel machen, aber es ist trotzdem schon imposant, dann nochmal zu sehen. Und ja, für mich dann insgesamt, das, die schönste Arena und was die Kämpfe angeht, das habe ich gerade vergessen noch zu erwähnen, bei der zweiten. Bei der zweiten Arena hast du dann den Vorteil, dass du schon so halbwegs mal so ein bisschen Equip hast, Du fängst ja in der Gladiatorenbucht bei null an, hast null Geld und kriegst auch nur so wenig Geld, du musst da so ein bisschen erstmal vorankommen und dann hast du da deine beste Waffe in der Gladiatorenbucht, nimmst die dann rüber in die nächste Arena, kannst dann noch die ersten ein, zwei Kämpfe mitmachen, ein bisschen mehr Geld machen und dann ist es ein bisschen einfacher vom Start her dann in die nächste Arena und das hast du bei der dritten Arena dann halt natürlich auch, wo du dann schon, ja, beste Rüstung hast, beste Waffe hast und auch vielleicht ein paar mehr Fähigkeiten gelernt hast oder so, die dir helfen im Kampf, wie der Kampfschrei oder sowas, und dann, ja, ist das von den Arena Kämpfen her nicht mehr so schwierig, bis auf diesen komischen Wolf-Typi, der war wirklich bei mir, wo ich den das erste Mal gemacht habe, ich habe keine Ahnung, wie ich da verreckt bin, das war sehr schwer. Das Problem bei diesen Kämpfen ist halt, wenn mehrere Gegner da sind, du kannst dich halt so verkeilen und dann funktioniert ja deine Steuerung nicht mehr, wenn die dich einfach blockieren und gerade als Zweienkämpfer bist du ja sowieso behäbiger, das ist einfach Glückssache, also der nächste Kampf, den ich noch schlimmer fand, war einfach gegen diese fünf Drachensnapper, weil das in der letzten Arena, weil da war genau das gleiche Ding, du hast halt einfach keinen Einfluss darauf, wie die auf dich zukommen, ob die dich wieder umzingeln, ob du dich bewegen kannst, das ist komplette Glückssache und hat nichts mit Skill zu tun und da können wir dann ja gleich noch reden, aber auf jeden Fall cool eure Meinung mal dazu zu hören, also gerade auch, dass ich jetzt noch wieder was, oder dass wir fast alle was verpasst haben erst, finde ich auf jeden Fall cool, das macht es dann auch interessanter, die Mod irgendwann nochmal zu spielen und dann nochmal genauer zu gucken, was man wo machen kann, ähm, ja, ich bin, ich bin, bin gespannt, ob ich, wenn ich es dann nochmal irgendwann spiele, dann vielleicht auch mit Schwertschild oder irgendwas anderes, oder mit Speer, generell, darüber haben wir auch noch nicht so wirklich geredet, dass man überhaupt so viele verschiedene Spielstile anstreben kann, grundsätzlich ist ja schon mal cool, ne, also, die Möglichkeiten sind ja da, zum Belling-Sing können wir dann am Ende ja noch was sagen, wie wir das wahrgenommen haben, aber, ähm, ja, wechseln wir mal zur, zur letzten Arena, also, ich hab ja schon gesagt, mir hat dieser Umsch, äh, Schwung da schon besser gefallen, weil dann war es irgendwie so, wir sind wieder mit Kali vereint, wir haben zusammen mit Kali was gemacht, wir sind jetzt auch, ich war dann auch hier Teil der Armee, hatte eine Rüstung bekommen und dachte so, okay, cool, jetzt zur Stadt. Und als ich dann zur Stadt hinkam, also, man war ja wirklich, man hat sich gefühlt wie in so einer riesigen Stadt in so einem Teilgebiet und die Arena war sehr imposant, also, die hat mich wirklich umgehauen von der Größe einfach, von der Aufmachung. Was ich dann schade fand, war eben, dass, obwohl die Arena so imposant war, die Kämpfe und so gar nicht so großartig angekündigt wurden, also, du hattest nie was über deine, äh, kommenden Gegner gehört, du hattest auch nie Kontakt großartig mit irgendjemandem, immer mal wieder, Kali war die ganze Zeit gefühlt nur noch am Saufen, äh, äh, und, äh, weißt du, das fand ich dann so schade, dann waren mal wieder so ein paar Zwischenereignisse, die dann passiert sind und dann kam, ja, der Punkt, der für mich echt ätzend war, die, also grundsätzlich eine geile Idee mit dieser Knastgeschichte, also, von der Grundidee, so undercover und dann jemanden befreien von der Armee und, äh, aber wie das Ganze umgesetzt war, fand ich fürchterlich, also, bei mir hat das ja noch verhältnismäßig gut geklappt, ich hab bei anderen reingeguckt, zum Beispiel eure Folgen dazu kommen ja noch, da bin ich sehr drauf gespannt, aber ich hab bei Umo zum Beispiel reingeguckt, äh, der hatte da solche Probleme, da war auch alles verbuggt und, äh, es ist, es, es hat mir einfach nur nicht gefallen, weil ich war auch Zweienkämpfer, ich musste dann mit einer Einhandwaffe kämpfen, auch diesen Kampf da machen gegen diesen, ähm, diesen Werther-Chef da, äh, das, das war echt irgendwie fürchterlich umgesetzt und die Dialoge waren auch ganz merkwürdig, vor allen Dingen, ich hatte ja so wenig Einfluss darauf und mir wurde gesagt, ja, du musst deine Stimme verstellen und sprich so richtig wie auf Drill und hast du nicht gesehen, dann hab ich das so versucht, irgendwie, albern, als ob er es gar nicht könnte, so umzusetzen, aber es wirkte einfach alles komisch, gerade in einer Szene, wo ich dann geflüstert habe und der andere redet halt ganz normal, das war so dumm, ne, äh, und, und das hat das irgendwie alles kaputt gemacht und dann halt die auch, diese, ich nenne mal, absurden, äh, das Zusammenkommnis an merkwürdigen Dinge, die da einfach passieren können, wie du hast eine Waffe unten eingesammelt, du kommst hoch, bist aufgefallen, warum auch immer, das ist ganz, ganz merkwürdig irgendwie und dann diese endlos langen Tonkombinationen, also, ich, ich, ich hab vieles einfach nicht verstanden von der Designidee, Grundidee gut, Umsetzung für mich echt katastrophal und das, äh, dann kommst du vor allen Dingen zurück von dieser Mission und dann hat Carly nicht mal was zu sagen, das ist zwar fast so dumm, äh, aber deswegen bin ich halt sehr neugierig, wie, wie ihr das so wahrgenommen habt, Kurga, wie war's bei dir und der vierten Arena und gerade auch mit dem Knast? Also, ähm, ich muss auch sagen, ich glaub, diese Knast-Geschichte war ja so die einzige große Abwechslung, sag ich jetzt mal, von den, von den normalen Kämpfen, sehr viel mehr gab's da jetzt, glaub ich, auch meines Wissens grad gar nicht. Idee fand ich auch eigentlich echt mega und auch die Location dort unten, die fand ich super geil, also, dieses Dungeon dort, ähm, mit diesen Wänden, das war so ein, wirklich ein Mix aus Festung und halt unterirdischem Dungeon halt und das fand ich irgendwie sehr atmosphärisch auch und da waren auch ultra viele Wachen, da dachte ich mir so, okay, für den Knast sind hier richtig, richtig viele Wachen, das wirkte für mich eher so ein bisschen wie Kaserne teilweise, ähm, aber, ja, wie du schon sagtest, also, diese ganze Fluchtgeschichte, wie man den da rausholen soll, das fand ich so Banane, dann mit dieser Ratte da, die auf, und den Käse auf den Schlüssel legen, der auf dem Boden liegt, so, und, also, das war alles irgendwie, ich weiß nicht, ich hätt's irgendwie besser gefunden, wenn man sich einfach hätte nachts da reinschleichen müssen ins Büro und diesen Schlüssel suchen müssen oder so, und dann wär der vielleicht in der Tour oder im Ofen versteckt, wenn der aus ist, oder keine Ahnung, irgendwie sowas hätte ich vielleicht besser gefunden, und das mit der Ratte fand ich einfach nur völlig absurd, ähm, und, ja, an sich, dass dieses Misstrauensfeld, da gab's da so einen Misstrauensbalken, wo ich auch teilweise gar nicht genau wusste, warum ich jetzt mehr Misstrauen hab als vorher, weil man irgendwie, weiß ich nicht, ich hab einfach ne Waffe gezogen und wollte meinen Kameraden, in Anführungszeichen, da unten gegen die Schlange helfen, und das hat aber Misstrauen gesät, weil ich ne Waffe gezogen hab, und das hat dann auch nicht so gut geklappt, an sich, ähm, hatte ich jetzt keine großen Bugs, oder so, also es hat so weitestgehend alles funktioniert, ich wusste nur dann teilweise nicht genau, wie manches funktionieren sollte, und musste dann teilweise auch sogar echt googeln, weil ich nicht wusste, wie ich weiterkomme, ähm, aber grundsätzlich war das halt, okay, und eine Sache halt noch, wie du schon sagtest, mit diesen Truhen, ähm, da war da teilweise eine Truhe, die hat so ein 16, 16-teilige Kombination, und die gleiche Truhe mit dem gleichen Inhalt daneben, hat einfach nur drei Kombinationen, also, da kann man dann auch echt verrückt werden. Hast du die Ultra-Truhe aufgemacht? Ich hab, es gab eine Truhe, äh, die war ja, da wo dieser, äh, wie heißt der, dieser Henker war, dieser Verrückte, die hab ich, also, ich hab mich verarscht gefühlt, ich muss auch sagen, ich hatte echt schlechte Laune, weil ich keine Zweihandwaffe hatte, und nur auf Zweihand geskillt habe, und obwohl ich so viel Stärke hatte, hat dieser Kampf einfach, ich hab den ja richtig vorgespult bei mir gegen diesen Haupt, ähm, diesen Boss, ich war einfach so genervt davon, dass das Spiel jetzt von mir verlangt, dass ich so gegen den kämpfen muss, vielleicht gab es auch irgendwo eine Zweihandwaffe, ich hab, ich hab meiner Meinung nach alles abgesucht, ich hab sie nicht gefunden, ich war echt frustriert davon, deswegen hatte ich auch gar keinen Nerv mehr für diese lange, äh, Truhen-Kombination, deswegen hab ich dann einfach aufgegeben und hab den Kampf dann auch so gemacht, aber der hat ewig gedauert und war so, naja, frustrierend einfach, weil ich halt keine Einhand-Talent hatte, also ich bin sehr gespannt, wie das bei euch dann ist. Also, ich hatte nicht alle Truhen geöffnet, und was bei mir halt interessant war, das hab ich aber auch erst am Ende festgestellt, nachdem ich da wieder raus war, ich hatte ja null auf Stärke geskillt, und diese Waffe, die man bekommt, das ist aber eine stärkebasierte Waffe, und dann hab ich mich kurz gefragt, Sekunde, wie konnte ich die eigentlich tragen, wenn ich halt nur zehn Stärke hatte, und ich hab gemerkt, das Spiel reguliert diese Werte so an, in diesem Zeitraum, dass du das Zeug tragen kannst. Jetzt weiß ich halt nicht, wie es beim Kampf war, beim Kampf hatte ich natürlich keine Probleme, weil ich Einhand-Meister war, aber hattest du, ähm, warst du Kämpfer, oder warst du, hast du... ich war an Anfängerhaltung, mit zehn Prozent, und ich hatte, musste ja auch, weil diese Wachen sind bei mir alle verregt, und dann musste ich alleine gegen diese Schlangen kämpfen, mit Anfängerhaltung, und war halt nur auf diese Super-Krits von der Waffe, also darauf musste ich mich dann verlassen, und das war so frustrierend, und weil da einfach so viele von diesen Schlangen ja waren, weißt du, deshalb hab ich mich auch gefragt, wieso, erstmal, warum sind die Schlangen so riesig, und warum überhaupt so viele, so weißt du, das war einfach komisch, ich hab die Designentscheidung nicht verstanden, und bei mir hat das dann nur dazu geführt, dass ich mir dachte, was zur Hölle mach ich hier überhaupt, ne, warum muss ich jetzt so lange gegen diese Viecher kämpfen, und der Einhand-Kämpfer, ich hab, wie gesagt, bei Umut reingeguckt, der hat die da alle mit ein paar Schlägen weggehauen, weil er halt auf Stärke und Einhand gegangen ist, ne, da hab ich halt auch Ultra-Glück gehabt, weil ich halt auch auf Einhand gegangen bin, und ich hatte da halt gar keine Probleme damit, also das fand ich relativ entspannt, aber, ja, halt auch eine Glücksfrage, ne, vielleicht hätte man das besser lösen können, indem man halt quasi von Kali die Waffe bekommt, eine Waffe bekommt, die an deine Talente angepasst ist, einfach, dass das Spiel das irgendwie erkennt, so wie bei der Klaue Belias, so ein bisschen, dass du dann halt entweder ein Zweihandschwert bekommst, wenn du mehr auf Zweihand geskillt hast, und Neinhand schwert, wenn du halt mehr auf Einhand geskillt hast, aber ist egal, ist jetzt so ein Verbesserungsvorschlag. Zum Beispiel, ich hab ja auch gesagt, schmeiß da doch irgendwo auf dem Boden eine rostige Zweihand-Axt hin, oder was, ne? Ja, genau. Ja, zu den Arena-Kämpfen jetzt im Allgemeinen noch, also die Location fand ich ganz hübsch gemacht, die Stadt wirkte auch groß, obwohl es noch relativ klein war, die Arena war auch cool, was mir halt auch wie gefehlt hat, das war auch dieser Herold aus der Gladiatoren-Bucht, der halt auch die Kämpfe so ein bisschen ansagt, stattdessen war daneben halt einfach so eine Party mit Musik, die so laut war, die du einfach nicht so regeln konntest, deshalb hab ich mich immer von der Gegend dort ferngehalten. Und ja, die Kämpfe an sich, was ich da ein bisschen wild fand und was bei mir sehr verbuggt war, war diese Showkämpfe mit diesen Trainingsanzügen. Das hab ich einmal gemacht und danach sind mir drei Leute aus der Arena gefolgt und haben mich in der Stadt angegriffen und ich konnte die ja nicht bekämpfen, weil wenn ich die Waffe gezogen hab und die angreifen wollte, macht er halt einfach nur dieses Nein, ich darf sie nicht angreifen im Animation. Das fand ich so schrecklich, da musste ich alles neu spielen und hab das dann einfach übergangen. Also das fand ich nicht so geil, aber die normalen Kämpfe, die regulären Kämpfe waren eigentlich alle okay. Also da hatte ich jetzt zum Glück keine schwierigen Probleme und das mit den Snappern oder Razern, ich weiß gar nicht, was es für fünf Viecher waren. Das ging zum Glück relativ gut. Also da hatte ich zum Glück weniger Probleme, auch wenn ich da auch immer, genauso wie du es hattest mit den Wölfen gestackt war teilweise und mich da nicht so bewegen konnte. Aber wenn du schnell mit dem Einhinter zuschlägst, ging es zum Glück, sag ich jetzt mal. Aber ich fand die Location jetzt auch nicht besser als den Regenwald oder die zweite Arena. Also da fand ich den Regenwald schon irgendwie atmosphärischer und da habe ich mich irgendwie auch mehr wohl gefühlt als jetzt in diesem Stadtsetting irgendwie. Ja, sehr interessant, das jetzt mal zu hören. Vaturas, wie war es bei dir? Also ich bin erst mal hochgestiegen und tief gefallen. Also ich kam da rein in die Stadt und dann bin ich ein paar Meter nach vorne gelaufen. Dann kam ja die Band schon und ich weiß jetzt nicht warum, aber mir hat das extrem gefallen, dass da diese Band spielt. Das hat mich ein bisschen an die Gothic 1, an den Extremo zurückerinnert. Und deswegen fand ich es mega cool. Da gibt es auch übrigens auch ein kleines Easter Egg, dass wenn man dazu tanzt, dass man eben dafür was bekommt. Ja, das habe ich auch bei Umut gesehen. Bei mir, ich bin da nur nicht hingelaufen, weil ich dachte, oh scheiße, Copyright-Probleme. Ja, besser so. Ja. Ich sehe es jetzt bei mir. Die Area selber war okay, also vom Aussehen her war halt eine Stadt. Die Arena war dafür sehr, sehr cool. Also auch von der Aufmachung her, von der Größe her. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Kämpfe, also ich gehe jetzt halt mal grob drauf ein. Die Kämpfe waren die meiste Zeit okay. Anders als bei Dior Jorgensen oder Kurga war das bei mir mit diesen Trainingskämpfen komplett verbuggt. Das zeichnete sich so ab, dass ich das erste Mal diesen Kampf gemacht habe. Dann habe ich das tatsächlich geschafft. Bin raus und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Gehe zum nächsten Arena-Kampf. Arena öffnet sich. Ich gehe rein und dann sehe ich, wie in dieser Arena, keine Ahnung, 15 Leute oder so rumlaufen, die versuchen verzweifelt rauszukommen oder sich immer noch verprügeln. Dann startet der Arena-Kampf und dann gehen welche auf mich los. Ja, ja, das höre ich auch. Ach du Scheiße. Und das war der Moment, in dem ich mir dachte, okay, weißt du was? Das mache ich nicht mehr. Erstens zerstört das ja total die Immersion und zweitens ist es halt total, also es ist nicht wirklich belohnend für das, was du da machst, finde ich, meiner Meinung nach. Es ist so zeitaufwendig und es ist so auch, sag ich mal, wieder, du musst so viel Glück haben, dass dich nicht mehrere gleichzeitig angreifen. Ich habe es ja auch zu meiner Schande nur zweimal versucht, aber ich dachte mir, selbst wenn ich zehn Gegner umhaue und 500 Gold kriege und 1000 Gold für den Kampf, dann lohnt sich dieser ganze Zeitaufwand nicht, weil für mich, ich habe es auch direkt gesagt, es wirkt wie Spielzeitstreckung. Ich hätte mich lieber gefreut, wenn man ein bisschen mehr Zeit in die eigentlichen Arena-Kämpfe investiert hätte und das weggelassen hätte. Weil die Grundidee auch an sich gut, aber erst mal, wie die Regeln erklärt wurden, ich glaube, das hat am Anfang auch gefühlt gar keiner verstanden und dann, als du es dann gemacht hast mit diesen Trainingsklamotten und so, du hast ja ganz seit den Nachteil und auch, ich hatte sowieso einen Nachteil, weil ich bis zum Ende irgendwie vergessen habe, man kann ja auch Lebensregeneration lernen, ich habe es ja gar nicht gelernt, habe ich irgendwie in der letzten Folge es wieder gemerkt, wenn du das nicht hast, du kannst dich ja nicht heilen, du kannst deine Spezialfähigkeit nicht einsetzen, du hast halt nur deine Waffe und naja, deine schäbige Ausrüstung und ich fand das einfach zu schwierig für das, was du dafür bekommst. Hätten wir jetzt 5000 Gold bekommen, dann wird sich das lohnen, aber so nicht, finde ich, keine Ahnung. Ja, ja, doch, das sehe ich schon auch so. Also ergänzend nochmal kurz zu der Lebensenergie-Regeneration, das habe ich zum Glück noch so zeitig gelernt, dass es sich halt auch wirklich lohnt, aber das ist so ein Perk, den muss man glaube ich wirklich in der ersten oder zweiten Arena schon lernen. Ich hatte irgendwie ein bisschen Glück, dass ich ständig irgendwelches nützliches Zeug gelernt habe, zum Beispiel in der ersten Folge oder zweiten hatte ich ja direkt die Verletzungsresistent auch schon, Verletzungsresistent schon gelernt, als ich bei euch dann gesehen habe, wie das mit den Verletzungen abgeht, dachte ich mir nur, oh mein Gott, Gott sei Dank. Aber das hatte ich zum Beispiel auch gar nicht, ich habe das gar nicht gelernt und ich hatte auch wirklich kaum Verletzungen, auch bis zum Ende nicht. Ich hatte insgesamt vielleicht drei oder vier maximal Verletzungen und ansonsten habe ich das halt auch nicht gelernt, diese Resistenzen, da hatte ich ein Ultra-Glück gehabt, das ganze Let's Play über. Es ist ja eine prozentuale Chance und ich hatte einfach direkt in meiner ersten Folge Schädelbruch. Ja, das schlimmste, was du kriegen kannst. Ja, ohne Witz. Ja, und wie, aber erzähl erst mal zu Ende, Vaturas, wie war es denn noch weiter so dein Eindruck generell so auch von den weiteren Kämpfen noch und von dem Knastakt? Genau, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen, auf den unliebsamen Knastakt. Also, das einzig gute Wort, das ich wirklich darüber verlieren kann, ist, dass die Idee, also die Grundidee davon ist super cool. Da sage ich gar nichts dagegen, die Grundidee hat mir gefallen, die Umsetzung war auf eine ganz besondere Art besonders, weil sie auch, ich habe nicht das Gefühl, dass die Gothic Engine dafür gemacht ist, auf Stealth zu funktionieren. Das war ja ursprünglich mal für Gothic 1 und so weiter auch angedacht und dann hat man es rausgemacht, vielleicht eben, weil die Gothic Engine dafür nicht gemacht ist, weil sie nicht so wirklich da funktioniert. Dementsprechend hat das für sehr viele Probleme gesorgt, dass teilweise der kleinste Schritt schon, weiß ich nicht, die Leute sich dachten, okay, jetzt verprügeln wir dich und ich weiß gar nicht, ob es bei dir dann so sein wird, Kurga, aber ich habe auch festgestellt, dass es auf Zeit geht. Ich habe nämlich dann, nachdem die runtergeschickt werden, die Leute und eben da unten schauen, nachdem man unten war mit den Schlangen, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt die ganzen Truhen auf und dann mache ich die ganzen Truhen auf, was eine Zeit lang gedauert hat und dann komme ich zurück in das Büro und darf voller Entsetzen feststellen, dass ich jetzt im Endeffekt aufgeflogen bin und von sowas bin ich generell kein großer Fan, wenn man irgendwie eine extrem verlangsamte Mechanik des Spiels machen muss, aus welchem Grund auch immer und es dann aber zeitbasiert ist. Interessant. Ich kann da, glaube ich, ein bisschen ergänzen, weil ich, wie gesagt, ich habe bei Umut in die Streams reingeguckt und er hatte dieses Zeitproblem auch, aber es lag daran, dass er unten hat er die Wachen auch angegriffen und dann hat er bis zwei Uhr nach Zeit, weil dann haben die anderen Wachen herausgefunden, dass er selber halt zugeschlagen hat bei den Wachen. Das wird es erklären, weil ich habe tatsächlich als erstes die Wachen angegriffen. Ja, und wenn du eine getroffen hast, weil zum Beispiel meine Wachen sind alle durch die Schlangen selbst gestorben, deswegen wurde ich nie verdächtigt, bei mir ging es nicht auf Zeit. Das war auch etwas, was ich bei Umut erst gesehen habe, dass es diese Möglichkeit gibt, auch da ist die Grundidee ja cool an sich, aber die Umsetzung ist dann halt so, du müsstest ja dann alles nochmal machen, weil du kannst ja ja auch schlecht, du hast wahrscheinlich das einfach überspeichert, und das ist ja das Problem daran. Vor allen Dingen, wenn man dann zumindest die Möglichkeit hätte, dass man auch noch eine Alternative hat, aber du hast ja eigentlich nur einen richtigen Weg, wie du es machen kannst. Also dann finde ich es theoretisch sogar wieder ein ganz kleines bisschen okay, weil das würde zumindest erklären, die gehen runter, sehen an den Rüstungen eben, dass da, weiß ich nicht, Schäden von einem Schwert sind und nicht von einer Schlange, dann, das würde es zumindest ein kleines bisschen erklären, aber was ich dann wieder ganz fürchterlich fand, war dieses, was der Kurga auch schon gesagt hat, mit dem Käse und der Ratte, das war so besonders, ich weiß gar nicht, was ich darauf sagen soll, deswegen sage ich einfach nichts dazu, man hätte ja stattdessen irgendwas machen können, von wegen, es gibt genau da, wo es liegt, ein Loch in der Mauer und man holt es mit Telekinese raus oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder Verwandlung Fleischwanz oder irgendwie so. Ja, irgendwas, aber ich meine, wieso liegt der Schlüssel da überhaupt auf dem Boden? Ja, ja. Habe ich doch mal damit an. Vor allen Dingen, also so die Grundidee, dass man so die Ratte mit einbaut und dass dann so die Ratte da rangeht, aber ich meine, wer würde denn da auch diese Ratte akzeptieren, dass die da einfach so reinläuft, so von den Wachen, da stehen überall Leute und dann ist es auch so richtig unauffällig, ein Stück Käse fallen zu lassen. Also die Grundidee ist halt so witzig, aber alleine als dieser Insasse dann den Plan erklärt hat, habe ich mir an den Kopf gefasst und dachte, was zur Hölle, er labert jetzt fünf Minuten über diesen Plan. So, als wäre es auch so selbstverständlich. Da nimmst du die Ratte und du denkst so, welche Ratte? Und dann auf einmal im Nachsatz sagt er erst, ja, eingefangen hat, hier eine Ratte dressiert quasi und du denkst dir so, hä? Ja, ganz merkwürdig. Vor allem ergibt sie dir auch einfach so dann, ne? Ja, genau. Und ergibt sie dir auch dann einfach so, weil du einfach sagst, ich habe Käse. Und dann habe ich auch noch alles so merkwürdig gesprochen, weil ich das laut Skripten so machen sollte und das hat gar keinen Sinn ergeben. Also so, es ist zwar so merkwürdig. Ja, zuerst mal. Apropos eingesprochen, bezüglich der Regeln von dem Trainingskampf, die habe ich ja eingesprochen und selbst während dem Einsprechen habe ich sie nicht verstanden, das muss ich dazu sagen. Aber die waren auch, die Texte waren auch merkwürdig. Vor allem, das Witzige war ja noch, dass Romulus selber sagt, das ist ein bisschen kompliziert. Ja, wollte ich auch anfügen, ja. Und es war vielleicht auch ein Gag, aber weiß ich nicht. Also es war einfach schlecht umgesetzt. Also das hat man jetzt ja schon öfter, haben wir ja darüber geredet, die Grundideen sind oft gut, aber die Umsetzung, die an der hapert es. Und da müsste eigentlich was passieren, damit die Mod von bei mir, diesem Hin und Her, von ich bin zwiegespalten bei der Mod zu einer guten Mod wird. Weil so habe ich gute Momente in einer mittelmäßigen Mod für mich jetzt. Aber da können wir ja gleich noch ein Fazit wirklich treffen. Aber erstmal würde ich jetzt noch fragen, Vatoras, warst du soweit fertig mit der vierten Arena? Ich bin komplett fertig, ja. Ich meine mit dem, was du sagen wolltest zur vierten Arena. Achso, da hätte ich nur noch eine Sache hinzugefügt, also diese Balancing-Probleme oder Verbesserungsideen würde ich jetzt später dazu sagen. Jetzt erstmal das Letzte, was ich dazu gesagt hätte, nur ganz kurz angestochen, der letzte Bossfighter ist super cool. Und was ich schade fand, dass die Rüstungen durchweg super designt waren, also von Arena 1 bis 4, diese ganzen Rüstungen, die es da gab, dass aber die letzte Rüstung diese Standard-Ritter-Rüstung war. Ich meine, die ist auch cool. Aber man hat sich da irgendwie was anderes gewünscht, zumindest ich. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja, vor allen Dingen, weil die letzte Rüstung ist halt auch so, vor allen Dingen, warum darfst du als Gladiator eine Ritter-Rüstung kaufen? Also ich war ja noch Teil der Armee, mein Charakter, irgendwie, aber trotzdem, warum darf ich aber eine Ritter-Rüstung haben? Das finde ich komisch. Also ich hätte mich auch eher gefreut, Rüstung geblieben wären. Und ich fände es auch cooler, wenn du für deinen Spielstil passende Rüstung hättest, die vielleicht auch Boni auf deine Attribute geben würden oder so. Aber das ist alles vielleicht für die Zukunft dann. Jetzt würde mich aber dann noch interessieren, die, du hast ja das Spiel sogar mehrmals gespielt. Wie hast du die letzte Arena und die ganzen Sachen mit dem Knast wahrgenommen? Wie war das vielleicht in der Beta? War es da noch schlimmer? Waren die Trainingskämpfe da oder diese Schaukämpfe noch schlimmer? Erzähl mal. Ja, also die letzte Arena fand ich jetzt so insgesamt am schwächsten. Und das Gebiet wirkt erst mal sehr groß. Du hast da diese riesige Arena, aber eigentlich ist es ein winziges Gebiet. Du kannst da einmal da im Kreis laufen, machst da ein paar Gebäude und dann geht es in die Arena quasi. Mehr hast du da eigentlich nicht. Und das fand ich ein bisschen nicht enttäuschend, aber es war so, okay, hier kannst du ja wirklich fast gar nichts machen. Ich glaube, Sidequests gibt es dann auch gar nicht mehr bis auf das Gefängnis. Mit Kali redet man fast überhaupt nicht mehr. Das sind so Sachen, die sind so ein bisschen, von den Kämpfen her war es okay. Da sind die ersten zwei, drei oder so, sind ja glaube ich irgendwie alle gleich. Ich glaube, die ersten beiden haben sogar die gleiche Rüstung an oder so. Und das war okay. Auch die Snapper waren für mich okay mit der Zweihandwaffe, wo ich das erste Mal gespielt habe, weil ich mir gerade vorher die beste Rüstung und den besten Helm geholt hatte. Deswegen ging das dann und hat mir so ein bisschen was ausgehalten. Ja, der Endkampf war sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Diese, also ich kann den, ich kann diesen Gedanken dahinter verstehen. Du hast dann in der letzten Arena hast du diese, oder in dem Gebiet hast du diese riesig, riesig große Arena in der Stadt und dann willst du dann da halt auch diese Showkämpfe machen. Also diesen Sinn dahinter kann ich verstehen. Aber die haben auch in der Beta schon nicht funktioniert und ich weiß eigentlich auch nicht, warum mir die alle spielen konntet, weil das war glaube ich zwei Tage vor Release oder so. Da habe ich dann, ich war am Montag, Montag vor dem Release, dass ja Freitag rausgekommen ist, dieser Patch dann. Und am Montag war ich dann mit meinem zweiten Playthrough durch und habe dann gefragt, soll ich dann nochmal irgendwas anfangen? Und wurde dann gesagt, nein, nein, brauchst du nicht. Und dann habe ich gesagt, was ist denn in der Stadt mit den Trainingskämpfen, die sind ja immer noch verbuggt. Und ja, die deaktivieren wir erstmal. Das war mein letzter Stand. Und ja, offensichtlich wurden die nicht deaktiviert. Also es war ganz lustig. Ich weiß nicht, ob ihr das mal ausprobiert habt oder ob das deaktiviert wurde. Man kann den Arena-Leiter immer wieder ansprechen, dass man diesen Trainingskampf machen möchte. Und er lädt dann jedes Mal neun neue Leute in die Arena. Das heißt, wenn ihr den zehnmal anspricht, habt ihr dann 90 Leute in der Arena. Ich habe es probiert, es funktioniert nicht, der Spiel stürzt dann ab. Und ja, ich hatte dann auch das Problem, was Vaturas schon geschildert hat, genau das, wenn du, du kannst halt nicht alle Leute da K.O. hauen. Es spawnen halt immer Leute auch nach. Und wenn du dann gewinnst, du kriegst deine 1500 und schläfst dann bis zum nächsten Kampf, hast du plötzlich dann noch vier, fünf Leute in der Arena da rumrennen. und das funktioniert alles nicht. Das ist ein bisschen blöde und sehr zeitaufwendig für das Gold, was man bekommt. Das stimmt schon. Ja. Ja, so viel dann dazu und dann das Gefängnis. Im ersten, wo ich das erste Mal gespielt habe, es war nicht möglich, da durchzukommen, weil das noch so verbuggt war. Ich musste dann speichern, aufhören, dem Entwickler schreiben, der musste mir dann, musste dann erst mal eine Stunde oder so gucken und dann hat er sich wieder gemeldet und dann dieses, ja, keine Ahnung, der Typ, der dir sagt, dass du erst mal, nachdem du das Essen verteilt hast, der dir sagt, dass du dann da mit dem Chef da mal reden sollst, der rennt dir dann die ganze Zeit hinterher und, ja, was mache ich denn jetzt? Ach ja, kill den einfach mit Marvin Mode. Solche Dinge, damit man überhaupt weiterkommt. Und da war ich dann schon eigentlich erstaunt, dass es dann doch dann so gut funktioniert hat, letztendlich. Also, so gut in Anführungszeichen. Und, ja, das mit dem Käse habt ihr alle schon erwähnt. Das Einzige, was ich mir da erklären kann, ist, also die Mod wurde hauptsächlich erst mal entwickelt mit dem Gedanken dahinter, so habe ich es verstanden, dass viele, sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert werden sollen, mechanische Sachen und was weiß ich. Da hast du ja auch dann beim Kämpfen, hast du da die verschiedensten Sachen, die du da lernen kannst, mit dem Schlag, mit dem Schrei und was weiß ich. und, ja, ich denke dann, denke mal, dass mit dieser, ja, mit diesem Misstrauen, mit diesem Balken, das gehört dann auch mit dazu, mit dem Käse, das dann gehört dann mit dazu und, ähm, so erkläre ich mir das dann, aber es ist, ja, hakt dann so ein bisschen bei der Umsetzung halt, ne. Ähm, ich weiß nicht, Jorgensson, ich weiß nicht, hat jemand von euch diese Megatruhe geknackt, die dann unten beim Henker war? Hat die jemand aufgemacht? Nee, ich, ich hab die nicht aufgemacht, ich hatte keinen Bock dazu und ich glaub, die anderen, bei denen ich geguckt hab, die haben die gar nicht gesehen, ne, also, ich weiß nicht. Nee, ich hatte es auch gar nicht mehr auf dem Schirm, also, weil das Problem war, bei mir war es halt auch so verbuggt, dass ich, egal was ich genommen hab, ob es nur diese Apfelkrebs war, der da rumlag, bei mir haben sofort teilweise alle angegriffen, so, also, ich hab sofort die ganzen Wache auf dem Hals bekommen, nur weil ich da irgendwas genommen hab, wo da irgendjemand in der Nähe rumstand und da hab ich das dann halt auch einfach gelassen, auf die Kisten halt. Mhm. Ähm, weil bei meinem ersten Durchspielen hab ich diese Truhe geknackt und da war dann tatsächlich eine Zweihandwaffe drin. Meine Vermutung, das war ja die Sache, die ich vermutet habe. Ja, und, ähm, deswegen war das dann, wo ich mir dann dachte, oh Gott sei Dank, ne, weil, äh, ich hatte das, ich, ich wäre dann sonst auch nicht weitergekommen, vermutlich. Und beim zweiten Mal hatte ich sie geknackt, äh, wo ich durchgespielt hab und ich meine, da war dann keine mehr drin. Mhm. Deswegen war ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob da jetzt dann in der finalen Version halt eine Zweihandwaffe drin ist oder nicht. Ja, okay, interessant, weil, ähm, der eine Entwickler hier, Ortecax, der hat darunter geschrieben, hättest du dich in diesen Schlafbaracken besser umgeschaut, dann hättest du eine Wache, äh, eine Waffe gefunden. Und dann hab ich geschrieben, ich hab alle Truhen aufgemacht, außer die mit der langen Kombination, ne, und dann hat er nichts mehr dazu geschrieben. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist es dann selber aufgefallen, dass da doch keine Waffe mehr drin war, oder, äh, aber ich finde alleine, wenn du Zweihandkämpfer spielst und die Strafe ist dann dafür, dass du Zweihand spielst, dass du diese ultralange Kombination, weil ich hatte ja noch den Picklock-Helper, ne, ihr kennt ja bestimmt diesen Ninja-Patch, ne, und der war schon zu Ende, aber die Truhen-Kombinationen gingen noch um sechs Stellen weiter, die ich auch noch richtig hatte und dann müsste ich alles nochmal eingeben und dann hatte ich keinen Bock mehr, ne, und dann dachte ich mir so, was zur Hölle, wie viele Kombinationen sind das denn? Weil ich hatte keine Lust, dann Stiften und Zettel zu nehmen und alles aufzuschreiben, weil ich war halt wirklich genervt davon, dass ich mit der Einhandwaffe ohne Talent gegen diesen Typen kämpfen muss, obwohl ich auch schon 200 irgendwas stärker hatte da, ähm, und eigentlich mehr Schaden gemacht habe, dann hab ich auch gefragt, was macht denn hier ein Bogenschütze, ne, was macht denn hier ein Magier, weil ich ja noch nicht wusste, welche Möglichkeiten es auch gibt als Magier oder so, ne, deswegen, wie war das eigentlich bei dir, Vatoras, wie hast du den denn besiegt, auch mit der Waffe, mit, sag ich mal, Anfängerhaltung oder? Also ich hatte ja auch die Anfängerhaltung einhändig tatsächlich, ja, und ich war auch verwirrt, als ich's bei dir gesehen habe, das Video, ich vermute mal, du hattest es nochmal ein gutes Stück vor mir durch, ja, weil ich hatte tatsächlich, oder vielleicht ist da auch ein Scaling-Problem, weil ich hatte ja sowieso das ganze Spiel über das Gefühl, das Mana so gut skaliert, dass der Schaden wirklich hoch ist. Ja. Vielleicht hat er dann im Nachhinein einfach dieses Schwert, sag ich mal, mit allen Stats scaleen lassen, und ich hab dann sogar wirklich relativ viel Schaden gemacht. Weil ich hab ja gar keinen Schaden gemacht, ne? Also, genau, genau, deswegen hatte ich mich gewundert, und beim letzten Kampf, den hätte ich so wahrscheinlich nicht geschafft, aber, ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon drin war, oder ob das noch eingefügt wurde, es gab unten bei den Schlangen irgendwo ein Regal, und da waren Eisblock-Spruchrollen, und damit konnte ich's dann relativ einfach hinter mich bringen. Ich hatte da nur eine Monster-Schrumpfen-Spruchrolle, und die hab ich für die große Schlange, ja, die hab ich für die Riesenschlange benutzt, eigentlich wollte ich ja ohne Magie spielen, aber ich glaube, da war das so angedacht, weil da hätte ich, ja, zwei Stunden drauf prügeln können, gerade, weil die Ausdauer ja auch irgendwann wieder weggeht. Naja, klar. Und du hast ja auch keine Ausdauertränke da, also, ja, das war ganz merkwürdig. Ich hoffe, dass in dem größeren Update, was ja noch kommen soll, dass diese Sachen dann wirklich geregelt werden, und ich hoffe, die nehmen sich so lange Zeit, bis alles funktioniert. Sonst brauchen sie ja das Update nicht bringen, weil das wäre halt schade, wenn man, weißt du, ich kann's schon verstehen, man will irgendwann releasen, aber ich hoffe dann, dass die sich mehr Zeit nehmen, einfach, und dass diese Sachen dann funktionieren für zukünftige Spieler, weil, ähm, ich hab auch gesehen, bei anderen Leuten, auch bei Twitch, die kannte ich nicht, ich hab aber einfach reingeguckt bei denen, weil die diese, die Spieler gespielt haben, da war sehr viel Frust bei dem Knast-Part. War eigentlich jedem, ne? Mhm. Und, äh, Ja, verständlich. Das ist halt schade, wenn die Mod dich mehr frustet, als dass sie dir Spaß bringt, wobei sie ja in Zügen richtig beeindruckend war und richtig gute Ideen hatte. Ähm, für mich war es dann das Bedding-Sing, aber ich hab, ich hab auch das Gefühl, als ich bei dir zugeguckt hab, Vatoras, dass du einfach wirklich mit Magie einen besseren Schaden gemacht hast, weil ich hab durchgehend, ich hab ja in der zweiten Arena hatte ich schon irgendwie fast meine, ähm, Zwei- und Fertigkeit auf irgendwie 100%, ich glaub auf 90 hatte ich die ja schon und bin voll auf Stärke auch gegangen, hatte die beste Waffe und trotzdem hab ich gefühlt keinen Schaden gemacht. Und, es ist auch voll den Fehler, stumpfe Waffen zu nehmen, find ich, weil stumpfe Waffen können den Gegner umhauen, aber die machen halt nicht diese Super-Krits. Das hab ich auch ganz später erst rausgefunden, dass das so ist, ne? Weil ich dachte ganz klar, warum kommen keine Krits mehr, warum kommen keine Krits? Und die Super-Krits sind ja irgendwie fünfmal so stark wie, ähm, so normaler Krits und, äh, dieses Umhauen, das bringt ja gar nichts, weil der, der, dein Gegenüber steht halt sofort wieder. Also du kriegst nicht mal nochmal einen Schlag rein, weil der direkt wieder blockt. Also umhauen bringt halt wirklich nichts. Ähm, und, ähm, das versteh ich dann nicht, also das müsste ganz klar geändert werden. Ich hab nie diesen Schmetterschlag probiert, ich weiß nicht, wie es bei dir da ist, die, weil, äh, ich hab dann keine stumpfen Waffen mehr verwendet, deswegen wollte ich den nicht lernen. hast du den mal ausprobiert? War der gut? Ausprobiert hatte ich den mal, ja, und, ähm, der hatte auch, ähm, also der geht auch durch, durch den Block durch und so, der kann nicht geblockt werden und nichts und ich glaube, der macht dann auch ordentlich Schaden. Mhm. Ja, okay, weil das war der, den auch dieser Hermes in der ersten Arena benutzt hat, ne? Das müsste der gewesen sein, oder? Also soweit ich das weiß, war das speziell von Hermes. Ah, okay. Also das war speziell für den gemacht. Ah, weil ich dachte, ich hab die Animation auch nie gesehen, deswegen weiß ich gar nicht, wie das ist, weil ich wollte es da nicht ausprobieren. Ähm, eine Sache, die ich auch komisch fand, war, ich hab ganz am Ende noch Waffenschleifen und, äh, Vergiften dann gelernt. Also Waffenvergiften an sich eine nette Idee, aber du kannst keine geschärften Waffen vergiften, was ich merkwürdig finde. Ah, das hat mich so geärgert. Es hat mich so geärgert in der zweiten Arena, weil ich dachte, das wäre jetzt meine einzige Chance noch, irgendwie diese Kämpfe da zu bestreiten und dann hab ich die Waffe geschärft und gemerkt, scheiße, ich kann die gar nicht mehr vergiften. Und, Entschuldigung, das hat mich einfach so aufgeregt. Und nochmal kurz wegen dem Critten. Ähm, ich hatte mal testweise einfach mal wirklich mir 100% Crit-Chance mal entschieden, einfach mal, um das mal zu testen und selbst da hat's nicht funktioniert. Also entweder ist es ein ganz eigenes Crit-System. Ist es. Ist es. Ja. 5% Chance, glaub ich. Ja. Ich hab's, dann war die Anzeige halt einfach ein bisschen, ähm, irreführend. Ja. Ja, das ist so, das ist, das wird auch, ähm, in den Logs erklärt, dass du da irgendwie eine Crit-Chance von, ich keine Ahnung, wie das errechnet wird, steht da drin, hast und, ähm, halt, du kannst nicht 100% critten, das geht gar nicht. Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass wenn du so viele Neuerungen hast, dass du die über die Logs erklärst, also das ist erklärt, wird es gut, aber ich fände es schöner, wenn zum Beispiel Carly dir ein Schriftstück gibt oder einer der, der Kampflehrer zum Beispiel sagt, hier hast du die Grundlagen des Kampfes. Oder Buchständer. Oder ein Buchständer bei dem Kampflehrer und du kannst es da immer nachlesen und dann kriegst du einmal nochmal irgendwie ein bisschen Erfahrung und da kannst du dann durchlesen, Änderungen hier, hier Critz bei scharfen Waffen, umhauen bei stumpfen Waffen und diese ganzen Sachen, weil das wird am Anfang mal so ein bisschen in den Dialogen erklärt, was man machen kann, aber das mit dem Critz-System, mit den Verletzungen so, das musst du alles über die Logs nachlesen und ich glaube, die meisten Spieler gucken gar nicht da rein. Ich wusste nämlich auch bis zum Ende hin, nicht, dass ich auf F1 bis F3 Heiltränke nehmen kann, das wusste ich in der letzten Folge erst. Was? Ja. Oh. Ne, und F5, das habe ich irgendwann ab der zweiten Arena, glaube ich, dann war es mir klar, okay, ich kann da Ausdauertränke trinken, weil, und das habe ich auch noch aus Zufuher herausgefunden, weil ich einen Screenshot gemacht habe mit dem Marvin-Menü und dann habe ich mit F5 mal gedrückt und habe dann den Ausdauertränke trinken. So habe ich das herausgefunden. Ich finde das super, wie wir da alle irgendwas Unterschiedliches haben, weil ich hatte ja unter einer Folge von dir geschrieben, ich wusste nicht, dass man das mit gezogener Waffe trinken kann. Ja, auch sowas, ne? Das ist interessant, wirklich interessant. Und, und, diese Heiltränke trinken von F1, weil F1, glaube ich, der schwächste, F3, der stärkste von den Heiltränken, das ist ja dann im Kampf auch viel einfacher, ne? Weil ich, ich weiß noch gerade, wenn ich mitten im Kampf, weißt du, du gehst ins Inventar und da musst du erst mal scrollen und den Heiltränk finden und in der Zeit wirst du angegriffen und denkst dir nur so scheiße, ne? Und, ähm, ja, also, ich glaube, es wäre für die meisten Spieler besser, wenn das über irgendein Textfenster in Form von, wie du sagst, Buchständer oder, oder von so einem Schriftstück, was man ausgehändigt bekommt, dass man es darüber liest, ähm, gerade wenn es noch irgendwie Erfahrung gibt, äh, ganz am Anfang, jemand gibt es dir, ich glaube, das verinnerlichst du besser, als wenn du unter dem Log ganz unten in den zusätzlichen Infos guckst. Vor allem das Problem dabei ist auch, ähm, du hast ja dann nicht nur die Logs, du hast dann, du hast dann noch 20 verschiedene Einträge, wo du dann gucken kannst und da sind die Texte auch nochmal so ellenlang und das ist dann irgendwo drin versteckt. Du hast dann in irgendeiner Folge, du hast den Kampfschrei gelernt und wusstest nicht genau, wie funktioniert denn der jetzt eigentlich? Und du hast das richtige Fenster offen gehabt, ich hab da ein Screenshot von gemacht und hab das dann als Bug, also als Verbesserung gemeldet, dünnt die Texte aus oder macht vielleicht mal einen Log, einen Tag, wo ihr dann einfach nur sagt, Kampfschrei ist Kurztaste T und, ja, Tränke F1 bis F3 und so. Das wäre, glaube ich, schon mal ein bisschen hilfreicher, als das dann unter drei fetten Blöcken Text da zu verstecken. Das ist, aber die Logs waren kein zentraler Punkt, der, ähm, der Bug Report, sag ich mal, es hieß, konzentrier dich mal erstmal mehr aufs Spiel, damit wir so eine halbwegs, äh, bugfreie Version da fertig kriegen und, ja, deswegen gingen die Logs dann so ein bisschen unter. Was, was auch komisch war, das war ja genauso mit diesem Zuschauer beeindrucken, das habe ich auch erst, also ich habe es gelernt, aber dann habe ich es erst ignoriert und als ich dann eigentlich wusste, was ich machen musste, habe ich es dann nicht gemacht, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Ähm, weil du auch zu wenig Geld bekommst. Also eigentlich müsstest du ab der zweiten Arena schon bis 500, äh, Gold gehen können, bei der dritten wahrscheinlich eher bis 3000, äh, bis bis 1000 und bei der letzten 1500 auch oder irgendwie sowas, damit es dir das lohnt. Wenn ich dazu was sagen darf, ähm, Maturas hat da ja in seinen letzten Folgen und ich schaue das ja alles sehr fleißig, äh, hat er ja gesagt, er furzt da jetzt die ganze Zeit und das finde ich mir nicht so gut. Ähm, es gibt da einen Erfolg für, wenn du das 20 Mal machst, dann erhöht sich das nochmal. Ne 100 Mal. Ähm, also ja, der Betrag, der erhöht sich um 100. Wenn du 20 Mal furzt, dann kriegst du quasi die nächste Stufe von diesem, äh, Zuschauer begeistern und dann erhöht sich es wenigstens nochmal ein bisschen. Aber das ist auch was, da habe ich mit, äh, Damian Nutt auch drüber geschrieben, er ist da selber nicht ganz zufrieden mit, äh, weil es einfach, halt nicht lukrativ genug ist. Es ist zu wenig, weil, äh, gerade ab der zweiten Arena müsste es schon bis 500 gehen bei der dritten Stufe und bei der dritten Arena wirklich bis 1000, bei der letzten bis 1500, damit sich das lohnt mit den Preisen, die du dort hast. Aber am Ende war es sowieso so, also bei mir zumindest, ich hatte so viel Geld, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin dann, wenn du die beste Rüstung und so hast. Ähm, da habe ich mir alle Bücher und so gekauft und noch irgendwas gelernt. Das war dann auch merkwürdig, dass du im Endgame zu viel Geld hattest, aber ich, ich hatte gar nicht mehr das Gefühl, dass ich noch irgendwie das sinnvoll investieren kann, um stärker zu werden, weil ich dachte mir dann so, okay, ich bin jetzt so stark, wie ich bin und, ähm, ja, irgendwann war es ja auch schon fast absurd, wie viel Lebenspunkt die Gegner hatten, wie viel Schaden sie dir gemacht haben. Es ging dann vom Schwierigkeitsgrad, weil du auch stärker geworden bist. Ähm, gerade der letzte Kampf zum Beispiel, da hat man als Zweinkämpfer gefühlt voll den Vorteil, finde ich, weil dieser, ähm, Roland, dieser Templer, hat ja immer so Doppelschläge gemacht und mit einem Block konntest du zwei von denen blocken und dann kontern. Also der Endkampf war bei mir ja ultra leicht. Dadurch, ähm, ich weiß nicht, wie es da ist als Einlandkämpfer oder als Schildkämpfer, Sperrkämpfer, keine Ahnung. Ähm, nur, nur da, da hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, das war zu leicht und was mir bei dem Kampf nicht gefallen hat, war, dass er mittendrin einfach beten geht, so gemütlich. Also an sich cooler Kampf, aber er geht dann einfach beten. Würden diese, ich hab da auch direkt gesagt, würden diese Templer direkt spawnen, dann wär's was anderes. Aber die, das dauert ja, so er geht erst gemütlich fünf Sekunden spazieren und dann kommen die Templer, diese Gefallenen. Ähm, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, einfach von der Umsetzung. Wahrscheinlich wollten sie ihm auch Zeit geben, um sich zu heilen oder so, aber alleine von der Logik her macht's halt gar keinen Sinn, weil er läuft da rum, du kannst ihn nicht angreifen. Ne? Ja, das ist das Problem. Ja, das hatte mich beim ersten Versuch auch total verwirrt, warum ich dann auf einmal nicht mehr schlagen konnte und der einfach weggeht, bis ich das dann irgendwann gecheckt hab, dass der da halt diese Templer beschwört. Ja. Ich hatte es ja mit Einhand, mit der besten Geschicklichkeitseinhandwaffe gespielt und was ich behalten hatte, war dieser Trainingsschild, den man auch so verwenden konnte, ohne dass man das Talent hatte. Und ich muss zugeben, ich hab mich ein bisschen in das Nutzen des Schildes jetzt nicht verliebt, aber ich muss sagen, ich hab's bereut, dass ich das nicht eher gemacht hab, weil ich hatte das Gefühl, dass somit das Blocken deutlich einfacher war als Einhandkämpfer. Ähnlich wie beim Zweihandkampf, dass du halt länger blockst und damit so einen Doppelschlag abwehren kannst. Also ich glaube, Kombination Einhandwaffe und Schild ist OP. Ich weiß nicht, ob OP, weil du hast ja auch einen langsameren Rückschritt, also normal kämpfen ohne Schild, du hast ja den schnelleren Rückschritt dann. Ja, aber da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass ich trotzdem immer wieder erwischt werde, gerade bei Doppelschlägen. Also war so mein Eindruck irgendwie, dass das jetzt nicht so viel gebracht hat, auch schon in den anderen Arenen. Habe ich das auch nicht so gerne gemacht, weil es halt auch so viel Ausdauer gekostet hat. Da bin ich dann lieber zur Seite irgendwie weggelaufen und habe dann versucht, das eher so zu machen und so auszuweichen, in Anführungszeichen. Ich habe dann mir versucht, das ein bisschen abzugewöhnen mit dem Zwischenruf. Mhm. Ja. Also mein Eindruck, ja. Ja, ich denke, beim Balancing, da muss ein Feinschliff rein, damit die Klassen sich ausgeglichener spielen, weil sowas wie der hier Feuerwehrpersonal wirkte einfach OP. Ja, war's. Wir brauchen die einhändige Variante davon plus Schild. Ja. Geil fände ich auch, wenn du zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, da bin ich ja noch gar nicht drauf eingegangen, so diese anderen Movesets, die Gegner teilweise hatten, zum Beispiel gerade Flammer. Ja, zum Beispiel Flammer oder so mit ihren Kicks. Auch beim Schildkampf, klar, du kamst da schwer rum, wenn du einmal verstanden hast, dass du ihn umrunden kannst. Jeder von uns hat das ja auch irgendwie anders gemacht. Ich glaube, Kura, du hattest da Probleme bei Flammer, ne? Ja, irgendwie schon. Weil der sich so schnell mitgedreht hat, da hatte ich das Gefühl, dass ich den nicht besiegen konnte. Da hab ich mich einfach von dem schlagen lassen. Also ich bin ja um ihn rumgelaufen und immer, wenn er gekickt hat, dann konntest du ihn einmal oder zweimal den Rücken schlagen. Und du hast das, was du hast mit Laufattacken gemacht, gelöst. Die hat er irgendwie auch nicht blocken können. Also sehr interessant, das zu sehen. Aber so an sich, diese Movesets und so, die da halt dann ihren Weg in die Mod gefunden haben, das fand ich schon sehr cool. Da gibt's ja auch diesen einen Kämpfer in der zweiten Arena, der hat, glaube ich, so eine Zweihand, so ein Streitkolben oder so, so ein Hammer. Genau, der schlägt ja dann auch irgendwie zwei, dreimal hintereinander zu oder was. Ja, da war ich, da hab ich versucht, Detektiv zu spielen, weil ich wollte unbedingt diese Stands haben. Unbedingt, aber leider, also ich zumindest, hab sie nicht bekommen. Also ich kenne die aus anderen Mods, zum Beispiel Returning, spiel ich ja gerade, 2.0, da sind diese Movesets auch drin, auch zum Beispiel dieser Kick mit dem Schildkampf. Also wahrscheinlich ist das in irgendeiner Modder-Datenbank und da wurde sich dann bedient. Ich glaube, diese Haltung, die dieser Zweihand-Kämpfer mit dem Kriegshammer hatte, das ist da in Returning die Meisterhaltung. Also da gibt's eine Expertenhaltung, das ist die normale Meisterhaltung und dann gibt's die Expertenhaltung. An sich gibt es denn noch Dinge, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Gibt es noch irgendwas, was ihr auf dem Herzen habt zum Mod, was ihr noch loswerden wollt? Ich glaube, sonst haben wir ja... Also ich würde tatsächlich zum Magie-System was sagen wollen, weil der Sargnagel für das Magie-System war dann letztendlich der letzte Kampf. Wenn mein Todeshauch 30 Schaden macht an einem Gegner mit 10.000 Leben, dann habe ich wohl in meinem Leben irgendetwas falsch gemacht. Deswegen hätte ich da drei kurze Verbesserungsvorschläge. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist. Ich vermute mal schon, weil das Feuerwehrpersonal das ja schon in ähnlicher Hinsicht macht, weil sowohl mit dem Bogen als auch mit Magie glaube ich nicht, dass es auch nur ansatzweise zu bewerkstelligen ist, dass man einen Fernkämpfer in dieser Mod spielt. Deshalb muss man das anders angehen, dass man die Magie zum Beispiel ähnlich wie diesen Kampfschrei macht, dass du einfach eine Taste kurz drückst und dann kommt halt kurz ein Feuerball aus deiner Hand, der was weiß ich wie viel Schaden macht mit Cooldown. Den vielleicht sogar der skaliert mit Mana oder so. Genau, genau. Oder dass man halt die Waffen an einem Buchständer oder ähnlichen verzaubert wie mit Gift oder sowas, dass sie halt Eisschaden machen, Feuerschaden, Blitzschaden, irgendwie sowas in der Art oder halt alternativ das klassische Runensystem, weil das Geld für die Spruchrollen rechnet sich in keinster Weise. Ja, okay. Ja, das ist wirklich etwas, was man ja angehen muss, sonst sind die ja einfach nutzlos. Weil ich habe das auch immer gesehen bei dir in den Folgen, die du schon raus hast, die Spruchrollen, die du verwendet hast, die waren außer der Eisblock nutzlos. Immer. Und zum Bogensystem, also ich glaube, das war irgendwann mal bei dir unter einer Folge geschrieben, auch von dem Modder, dass man mit freien Zielen und Kopftreffern 100% mehr Schaden macht, aber selbst das ist ja auch gar nicht so viel, wenn du doppelten Schaden machst, weil der Bogen, ich meine, der wird wahrscheinlich eh nicht viel Schaden machen wie eine Nahkampfwaffe, oder? Hast du da ein bisschen rumprobiert, die? Ja, die ist da, wir haben versucht, das ein bisschen zu fixen und das hat, also mein Fazit war, die Waffe ist zu langsam, auch mit dem Ziel ist sie zu langsam und ich hatte schon irgendwie 60% mit dem Bogen gelernt, also diese Meister, wie auch immer sich das da nennt, und selbst da, von fünf Schüssen sind immer noch drei Stück weit links und rechts vorbeigegangen, sowas lohnt sich überhaupt gar nicht, und da muss noch wirklich ein bisschen dran gefeilt werden. Ja, ja, weil sonst ist es ja einfach nicht machbar. Vor allem, ich finde das teilweise, da will ich auch dem Modder nicht so nahe treten, aber er hat dann mal geschrieben unter einer Folge, du kannst diese Mod auch mit dem Teppich durchspielen und da denke ich mir, ja, natürlich kannst du das theoretisch, ne, aber es ist ja Schwachsinn, das macht ja keiner in der Praxis, ähm, so, das, du könntest die Mod, äh, wahrscheinlich könnte irgendeiner da draußen, wenn er tausend Stunden investiert, die Mod auch mit der Faust durchspielen. Faust drauf. Aber, äh, ja, das ist ja nicht für den allgemeinen Spieler und ich hab auch schon früh gesagt, für viele wird diese Mod einfach zu schwer sein, weil, du meintest das ja selber, die, du hast lange kein Gothic spielt, wenn jetzt jemand, ähm, zurückkommt, will mal wieder eine Gothic-Mod spielen, spielt Gladiator, sie ist unausgereift, nicht gut gebalanced für Leute, ähm, naja, mal wieder Gothic spielen wollen, das ist dann schon eher was für Leute, die auch das Kämpfen in Gothic lieben und eine Challenge lieben, ähm, weil selbst, äh, ich spiele viel Gothic, ich bin jetzt vielleicht auch nicht der allerbeste Kämpfer, aber trotzdem denke ich, ich hab viel Erfahrung mit Mods und so und ich hab mich ja teilweise auch schwer getan, manche Sachen sind einfach unglücklich dann auch verlaufen, wie zum Beispiel mit der Verletzung und so, das ist natürlich Pech, aber manche Sachen hast du einfach nicht viel Einfluss und das wird dann für viele zu schwer sein und, ähm, ähm, ich glaube, es gab damals sogar in der polnischen Variante eine Version, die leichtere Kämpfe hatte, irgendwas hab ich da gesehen, ähm, weiß ich nichts von, also ich hab, ich hab ja die Mod schon mal angespielt für zwei Episoden, da war noch eine polnische Sprachausgabe da, da hat ja Neo sie übersetzt und dadurch kam ja das alles erstmal, dass wir überhaupt überlegt haben, machen wir eine deutsche Sprachausgabe, das ging ja auch irgendwie so ein bisschen von meinem LP damals aus, dass dann gefragt wurde, okay, ähm, machen wir eine Sprachausgabe, wer will den Helden sprechen, hab ich gesagt, ja, von mir aus mach ich das, aber, ähm, müssen wir noch ein paar Leute organisieren, Neon hat sich um die Organisation gekümmert und da gab es auch, äh, in der Version, die ich damals installiert habe, eine normale Version und dann stand da leichtere Kämpfe, in Klammern und die hab ich aber nie probiert, also deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt die finale Version geworden ist oder ob die Idee verworfen ist, aber das war einfach noch jetzt mal von mir so, ich glaube, für viele wird es einfach zu schwer sein. Ja. Ja, würde ich auch so unterschreiben, also, wie ich es auch schon anfangs gesagt hatte, wer, wer richtig gut mit den Kämpfen klarkommt, wer Bock auf viel Kämpfen hat, ich glaube, der wird, ähm, hier eigentlich ganz gut bedient werden. Also Leute wie ich, die jetzt eher so ein bisschen casual unterwegs sind und eher lieber eine gute Story und gute Atmosphäre und so genießen wollen, das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen zu knackig. Da hätte ich wahrscheinlich lieber die einfache Kämpfe-Variante gespielt. Ja, ansonsten haben wir tatsächlich viel länger gequatscht, als ich eigentlich gedacht habe. Wir sind schon bei fast 1 Stunde 40. Auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht, mal eure Eindrücke zu hören. Ich werde die Mod auf jeden Fall in Zukunft nochmal spielen. Ich warte auf jeden Fall auf den nächsten Patch, werde es vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal spielen. Gucke mir dann vielleicht noch den Rest an, den ich diesmal nicht entdeckt habe. Ja, ich bin, wie gesagt, ein bisschen zwiegespalten, wir haben alles besprochen. Vielleicht werden wir dann für den Modder selbst, könnten wir eine kurze Zusammenfassung, jeder von uns in Englisch, einfach mal darunter schreiben, als Kommentar, damit er sich das durchlesen kann. Er kann ja leider kein Deutsch und wäre ja schon cool, wenn das, was wir hier sagen, auch an den Modder irgendwie dann adressiert wäre. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Dann würde ich jetzt einfach übergeben an Kurga und dann macht Watturas und die noch das Schlusswort. Ich verabschiede mich schon mal. Schön, dass ihr reingehört habt und schreibt mal gerne eure Meinung zu dem, was wir gesagt haben zur Mod in die Kommentare. Ja, erst mal danke an alle. Hat mir großen Spaß gemacht, hier mit euch zusammen über die ganze Mod nochmal zu sprechen, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen. Und nochmal andere Eindrücke auch nochmal zu hören und Insights. Und ja, ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr mit dabei wart. Danke, dass ich dabei sein durfte. Und ich übergebe an Watturas. Ja, also was ich als erstes dazu sagen möchte, ist, dass die Mod super cool, hat Spaß gemacht, aber ich fand auch das Drumherum cool, dass wir uns da irgendwie abgesprochen haben, dass jeder auf seine eigene Art und Weise spielt und dass man, dass jeder jetzt eben ganz andere Eindrücke sammelt und man sich dann jetzt eben trifft und drüber quatscht. Mega coole Idee. Finde ich super cool. Aber das ist so mein letztes Statement, das ich abgeben möchte. Auch danke fürs Zuhören und vor allem danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, auch vielen Dank, dass wir das hier zusammen machen konnten. Hat Spaß gemacht. Insgesamt ist die Mod, ja, wie wir es schon gesagt haben, sehr schwierig, gerade für Leute, die da neu einsteigen und es ist noch, immer noch ein bisschen buggy, aber insgesamt hat es mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, sonst hätte ich die auch nicht so oft durchgespielt, wie ich es gemacht habe jetzt bis hierher. Und ja, vielen Dank an die Leute, die sich da die Zeit gemacht haben, diese Mod zu entwickeln und vor allem an Neo-Chromecon, der dann die Übersetzung übernommen hat, auch das Verteilen, der Sprecher Aufgaben und alles. Also vielen Dank auch nochmal an Neo-Chromecon an dieser Stelle. Musik Untertitelung des ZDF, 2020